Löcher. Die Geheimnisse von Green Lake. Von Louis Sacker. Aus dem Englischen von Birgit Kollmann. Gelesen von Konstantin Kraudus. Sie betreten Camp Green Lake. Das hier nennt sich zwar Camp Green Lake, aber einen See gibt es gar nicht. Früher gab es hier den größten See in Texas, aber das ist schon über 100 Jahre her. Jetzt ist alles flach und trocken. Eine einzige Wüste. Es gab auch mal eine Stadt, die Green Lake hieß, aber die ist gleichzeitig mit dem See immer mehr zusammengeschrumpft und ausgetrocknet. Genauso wie die Leute, die da wohnten. Im Sommer liegt die Temperatur tagsüber bei 35 Grad im Schatten. Vorausgesetzt, man findet irgendwo Schatten. Die einzigen Bäume sind zwei alte Eichen am Ostufer des Sees. Dazwischen ist eine Hängematte gespannt und dahinter steht eine Blockhütte. Den Bewohnern des Camps ist es verboten, sich in die Hängematte zu legen. Sie gehört nämlich dem Boss. Der Schatten ist ganz allein für den Boss. Draußen am See suchen Klapperschlangen und Skorpione Schatten unter Felsen und in den Löchern, die die Bewohner des Camps gegraben haben. Was die Klapperschlangen und Skorpione angeht, sollte man sich eine wichtige Regel merken. Lass sie in Ruhe. Dann lassen sie dich auch in Ruhe. Das Schlimmste aber, was einem passieren kann, ist, von einer gelbgefleckten Eidechse gebissen zu werden. Dann stirbt man einen langsamen, qualvollen Tod. Wenn du von einer gelbgefleckten Eidechse gebissen wirst, dann kannst du gerade so gut hinüber in den Schatten der Eichen gehen und dich in die Hängematte legen. Dann kann dir nämlich keiner mehr was. Jetzt fragt sich der Hörer vermutlich, aus welchem Grund sollte irgendjemand auf die Idee verfallen, nach Camp Green Lake zu kommen? Die Antwort ist, die meisten Bewohner hatten gar keine andere Wahl. Camp Green Lake ist eine Anstalt für schwere Jungs. Nimm einen von ihnen und lass ihnen Tag für Tag in brütender Hitze ein Loch graben und du kannst sicher sein, dass ein guter Junge aus ihm wird. Jedenfalls glaubten das einige Leute. Stanley Jellnetz hatte sogar die freie Wahl. Der Richter sagte, du kannst es dir aussuchen. Entweder du gehst ins Gefängnis oder du kommst nach Camp Green Lake. Stanley kam aus einer armen Familie. Er war noch nie im Leben in einem Feriencamp gewesen. Stanley Jellnetz war der einzige Fahrgast im Bus, wenn man den Fahrer und den Wachmann nicht mitrechnete. Der Wachmann saß neben dem Fahrer auf einem umgedrehten Sitz, sodass er Stanley im Blick hatte. Auf seinen Knien lag ein Gewehr. Stanley war mit Handschellen an einer Armlehne festgekettet. Auf dem Sitz neben ihm lag sein Rucksack. Darin waren seine Zahnbürste, Zahnpasta und eine Schachtel mit Briefpapier, die seine Mutter ihm geschenkt hatte. Er hatte ihr versprochen, wenigstens einmal die Woche zu schreiben. Er befand sich auf einer langen Busfahrt nach nirgendwo. Stanley und seine Eltern hatten sich vorzumachen versucht, er würde einfach für eine Weile ins Feriencamp gehen. So wie die reichen Kinder. Vielleicht würde er Freunde finden im Camp, dachte er. Zumindest könnte er im See schwimmen gehen. Zu Hause hatte er keine Freunde. Er war übergewichtig und die anderen Kinder in seiner Schule machten sich oft darüber lustig. Stanley war kein schlechter Junge. Er hatte die Tat, wegen der man ihn verurteilt hatte, nicht begangen. Er war einfach im falschen Moment am falschen Ort gewesen. An der ganzen Sache war überhaupt nur sein Ururgroßvater schuld, dieser elende Tuniggut und Schweinedieb. Stanley grinste. Das war so ein stehender Witz in seiner Familie. Wann immer irgendetwas schief ging, schoben sie die Schuld auf Stanleys Ururgroßvater, diesen elenden Tuniggut und Schweinedieb. Dieser Ururgroßvater, so hieß es, habe einmal einer Alten, der ein Fuß fehlte, ein Schwein gestohlen, weswegen sie ihn und alle seine Nachkommen verfluchte. Stanley und seine Eltern glaubten natürlich nicht an solche Flüche. Aber wenn etwas schief ging, tat es einfach gut, jemanden zu haben, auf den man die Schuld schieben konnte. Stanley blickte durchs Fenster in die weite, wüstenähnliche Landschaft hinaus. Mit den Augen folgte er dem Auf und Ab eines Telefonkabels. Dazu hörte er im Kopf die raue Stimme seines Vaters, der ihm leise ein Lied sang. Wenn, ja wenn, seufzt der Specht, die Rinde am Baum nur ein bisschen weicher wär. Und unten lauert der Wolf, hungrig und einsam heult er zum Mond. Zum Mond, wenn, ja wenn. Solange Stanley sich erinnern konnte, hatte der Vater ihm dieses Lied vorgesungen. Stanleys Vater war ein Erfinder. Um ein erfolgreicher Erfinder zu sein, braucht man drei Dinge. Intelligenz, Ausdauer und ein ganz kleines bisschen Glück. Stanleys Vater war ein kluger Kopf und an Ausdauer fehlte es ihm auch nicht. Wenn er sich einmal an ein Projekt machte, arbeitete er oft Jahre daran. Nur Glück hatte er nie. Und jedes Mal, wenn wieder ein Experiment gescheitert war, konnte Stanley hören, wie der Vater seinen Urgroßvater verfluchte, diesen elenden Tunichtgut- und Schweinedieb. Stanleys Vater hieß ebenfalls Stanley Jellnetz. Sein voller Name war Stanley Jellnetz III. Unser Stanley heißt Stanley Jellnetz IV. In der Familie hatte man es immer toll gefunden, dass man Stanley Jellnetz sowohl von vorn als auch von hinten lesen konnte. Deswegen wurden die Söhne immer Stanley genannt. Stanley war ein Einzelkind, ebenso wie die anderen Stanley Jellnetz vor ihm. Und noch etwas anderes hatten sie gemein. Obwohl sie so viel Pech hatten, gaben sie nie die Hoffnung auf. Nicht jeder Stanley Jellnetz ist gescheitert, betonte Stanleys Mutter gern, wenn Stanley und sein Vater so mutlos waren, dass sie tatsächlich anfingen zu glauben, dass an dem Fluch etwas dran sein musste. Der erste Stanley Jellnetz, Stanleys Urgroßvater, hatte an der Börse ein Vermögen gemacht. Da kann er ja wohl kaum so ein Pechvogel gewesen sein. Bei solchen Gelegenheiten vergaß sie gern zu erwähnen, welches Unglück den ersten Stanley Jellnetz getroffen hatte. Er hatte nämlich sein ganzes Vermögen verloren, als er von New York nach Kalifornien zog. Die Kutsche, mit der er reiste, wurde von der berühmten Banditin Kissin Kate Barlow überfallen und ausgeraubt. Wenn das nicht passiert wäre, dann lebte Stanleys Familie jetzt in Kalifornien, in einer Villa am Strand. Stattdessen hockten sie in einer winzigen Wohnung aufeinander, in der es nach verbranntem Gummi und Fußschweiß stank. Wenn, ja wenn. Die Wohnung stank deswegen so, weil Stanleys Vater dabei war, ein Recyclingverfahren für gebrauchte Turnschuhe zu entwickeln. Dieses letzte Projekt seines Vaters war es, das zu Stanleys Festnahme geführt hatte. Ehrlich gesagt war Stanley zunächst einmal beeindruckt gewesen, als er erfuhr, dass sein Urgroßvater von Kissin Kate Barlow ausgeraubt worden war. Klar, ihm wäre es auch lieber gewesen, irgendwo in Kalifornien am Strand zu leben, aber andererseits war es auch ziemlich cool, jemanden in der Familie zu haben, der von einer berühmten Banditin ausgeraubt und mitten in der Wüste zurückgelassen worden war. Der Bus wurde langsamer. Ächzend reckte und streckte sich der Wachmann. »Willkommen im Camp Green Lake«, sagte der Fahrer. Stanley schaute durch das schmutzige Fenster. Er sah überhaupt keinen See. Und grün war es eigentlich auch nirgends. Stanley fühlte sich leicht benommen, als der Wachmann ihm die Handschellen abnahm und ihn aussteigen ließ. Er hatte über acht Stunden im Bus gesessen. »Danke fürs Mitnehmen«, sagte er. Sein Mund war trocken, und der Hals tat ihm weh. Die Gegend schien verlassen und absolut kahl. Er sah ein paar heruntergekommene Gebäude und einige Zelte. Ein Stück entfernt stand eine Hütte zwischen zwei Bäumen. Der Wachmann brachte Stanley in ein kleines Gebäude. Auf einem Schild am Eingang stand »Sie betreten die Besserungsanstalt Camp Green Lake«. An einem Schreibtisch saß ein Mann. Die Füße hatte er auf die Platte gelegt. Als Stanley und sein Bewacher eintraten, drehte er zwar den Kopf, rührte sich aber sonst nicht. In der Hand hielt er eine Büchse Mineralwasser, und der Anblick machte Stanley noch durstiger. Er wartete, während sein Bewacher aus dem Bus dem Mann ein paar Papiere zum Unterschreiben gab. »Das sind aber ziemlich viele Sonnenblumenkerne«, sagte der Wachmann. Stanley bemerkte einen Sack, der neben dem Schreibtisch auf dem Boden stand. »Ich habe letzten Monat mit dem Rauchen aufgehört«, sagte der Mann mit dem Cowboy-Hut. Auf seinem Arm war eine Klapperschlange eintätowiert. »Vorher habe ich eine Schachtel am Tag geraucht. Jetzt esse ich jede Woche einen Sack von diesen Dingern.« Hinter dem Schreibtisch musste es einen kleinen Kühlschrank geben. Der Mann mit dem Hut holte nämlich auf einmal noch zwei Büchsen mit Wasser hervor. Stanley hoffte schon, dass eine davon vielleicht für ihn sei, aber der Mann gab eine dem Wachmann und sagte, die andere sei für den Busfahrer. Der Mann spuckte ein paar Schalen von Sonnenblumenkernen in einen Papierkorb. Dann kam er um den Schreibtisch herum auf Stanley zu. »Mein Name ist Mr. Sir«, sagte er, »und so wünsche ich auch immer, angeredet zu werden. Ist das klar?« Stanley zögerte, »Ja, Mr. Sir«, sagte er, obwohl er sich nicht vorstellen konnte, dass der Mann tatsächlich so heißen sollte. »Du bist hier nicht bei den Pfadfinderinnen,« sagte Mr. Sir. Stanley bekam ein Handtuch und zwei Garnituren Kleidung. Jede bestand aus einem orange-roten Overall mit langen Ärmeln, einem orange-roten T-Shirt und gelben Socken. Außerdem bekam er noch weiße Turnschuhe, eine orange-rote Kappe und eine Trinkflasche aus schwerem Plastik. Die leider leer war. Mr. Sir erklärte ihm, er solle die eine Garnitur immer zur Arbeit tragen und die andere in der Freizeit. Alle drei Tage sei große Wäsche. Der werde jeweils seine Arbeitskleidung gewaschen. Dann werde die zweite Garnitur zur Arbeitskleidung und für die Freizeit gebe es frische Sachen. Du hast jeden Tag ein Loch zu graben, auch samstags und sonntags. Jedes Loch muss fünf Fuß tief sein und auch einen Durchmesser von fünf Fuß haben. Deine Schaufel ist gleichzeitig dein Maßstab. Frühstück gibt es um halb fünf. Stanley sah wohl überrascht aus, denn Mr. Sir schickte noch die Erklärung hinterher, dass sie deswegen so früh anfangen, damit sie nicht in der heißesten Zeit des Tages arbeiten müssten. Je länger du brauchst zum Graben, desto länger bist du halt draußen in der Sonne. Wenn du beim Graben irgendwas Interessantes findest, dann bist du gehalten, es mir oder einem der anderen Betreuer zu zeigen. Wenn du mit der Arbeit fertig bist, hast du den Rest des Tages zur freien Verfügung. Stanley nickte, um zu zeigen, dass er verstanden hatte. Das hier ist kein Lager für Pfadfinderinnen, betonte Mr. Sir noch einmal. Dann ging er mit Stanley hinaus in die glühende Sonne. Sieh dich gut um, sagte Mr. Sir. Was siehst du? Stanley blickte über das weite Ödland. Nicht viel, sagte er, und fügte dann rasch hinzu, Mr. Sir. Mr. Sir lachte. Siehst du irgendwelche elektrischen Stacheldrahtzäune? Nein, Mr. Sir. Hier gibt es überhaupt keinen Zaun, stimmt's? Ja, Mr. Sir. Möchtest du weglaufen? fragte ihn Mr. Sir. Stanley schaute ihn an, unsicher, was die Frage bedeuten sollte. Ich sehe, du schaust auf meine Pistole. Keine Angst, ich werde dich nicht erschießen. Er klopfte auf den Gurt. Die ist nur für gelbgefleckte Eidechsen. Für dich würde ich keine Kugel verschwenden. Ich werde nicht wegrennen, sagte Stanley. Das ist klug von dir, sagte Mr. Sir. Keiner rennt von hier weg. Wir brauchen keinen Zaun. Weißt du wieso? Weil wir hier das einzige Wasser im Umkreis von hundert Meilen haben. Wenn hier einer wegrennt, dann ist er nach drei Tagen Futter für die Geier. Stanley sah ein paar orange gekleidete Jungs mit Schaufeln. Sie schleppten sich langsam zu den Zelten. Hast du Durst? fragte Mr. Sir. Ja, Mr. Sir, sagte Stanley dankbar. Dann solltest du dich langsam daran gewöhnen. Du wirst die nächsten achtzehn Monate lang Durst haben. Es gab sechs große graue Zelte und auf jedem stand ein schwarzer Buchstabe. A, B, C, D, E oder F. Die ersten fünf Zelte waren für die Camp-Insassen. Die Betreuer schliefen in Zelt F. Stanley wurde in Zelt D geschickt. Sein Betreuer hieß Mr. Pendensky. Mr. Pendensky war jünger als Mr. Sir und sah längst nicht so zum Fürchten aus. Die Haare hatte er sich so kurz geschoren, dass er beinahe eine Glatze hatte. Doch sein schwarzer Bart war dicht und lockig. Mr. Sir ist eigentlich ganz harmlos, sagte Mr. Pendensky. Er ist bloß schlecht gelaunt, seit er aufgehört hat zu rauchen. Vor wem du dich wirklich in Acht nehmen solltest, das ist der Boss. Es gibt nur eine Regel hier im Camp Green Lake, die heißt, ärgere den Boss nicht. Stanley nickte, als würde er verstehen. Du sollst wissen, Stanley, dass ich dich respektiere, sagte Mr. Pendensky. Ich habe gehört, dass du in deinem Leben ein paar schwere Fehler begangen hast, sonst wärst du nicht hier. Aber jeder macht Fehler. Du hast vielleicht etwas Böses getan, aber deswegen bist du noch kein böser Mensch. Stanley nickte. Es hatte wohl wenig Sinn, wenn er versuchte, seinem Betreuer zu sagen, dass er unschuldig war. Vermutlich behauptete das jeder hier. Zwei Jungen, jeder mit einer Schaufel, kamen über das Gelände. Mr. Pendensky rief sie, Rex, Alex, kommt bitte her und sagt Stanley guten Tag. Er ist neu in eurer Mannschaft. Die Jungen warfen einen müden Blick auf Stanley. Der Schweiß lief ihnen hinunter. Und ihre Gesichter waren so dreckig, dass Stanley erst auf den zweiten Blick merkte, dass der eine weiß und der andere schwarz war. Was ist denn mit Kotztüte? fragte der schwarze Junge. Louis liegt noch auf der Krankenstation, sagte Mr. Pendensky. Er kommt nicht mehr zurück. Hi, brummte der weiße Junge. Das ist Ellen, sagte Mr. Pendensky. Ich heiße nicht Ellen, sagte der Junge. Ich bin Torpedo und das ist X-Ray. Hey, sagte X-Ray. Er grinste und schüttelte Stanley die Hand. Er trug eine Brille, die so dreckig war, dass Stanley sich fragte, wie er damit überhaupt etwas sehen konnte. Mr. Pendensky schickte Ellen zum Aufenthaltsraum, die anderen Jungen holen, damit er sie Stanley vorstellen konnte. Dann ging er mit Stanley ins Zelt. Welches Bett war das von Louis? fragte Mr. Pendensky. Kotztüte hat hier gepennt, sagte X-Ray und trat gegen eines der Betten. Gut, sagte Mr. Pendensky. Dann ist das von nun an dein, Stanley. Stanley sah das Bett an und nickte. Er war nicht wahnsinnig scharf darauf, in einem Bett zu schlafen, das vorher von einem Jungen benutzt worden war, den sie Kotztüte nannten. Auf der einen Seite des Zelts waren sieben Holzkästen in zwei Stapeln aufeinandergetürmt, mit der offenen Seite nach vorn. Stanley legte seinen Rucksack, die zweite Garnitur Kleidung, und sein Handtuch in den Kasten, der Kotztüte gehört hatte. Es war der unterste in dem Dreierstapel. Torpedo kam mit vier anderen Jungen zurück. Die ersten drei wurden von Mr. Pendensky als José, Theodore und Ricky vorgestellt. Selbst nannten sie sich Magnet, Deo und Zickzack. Alle haben hier ihre Spitznamen, erklärte Mr. Pendensky. Ich selbst nenne euch allerdings lieber bei den Namen, unter denen ihr auch in der Gesellschaft leben werdet, wenn ihr dereinst als nützliche und arbeitsame Mitglieder in ihren Schoß zurückkehrt. Der letzte Junge hatte entweder keinen richtigen Namen, oder er hatte keinen Spitznamen. Sowohl Mr. Pendensky als auch X-Ray nannten ihn Zero. Willst du wissen, warum er Zero heißt? fragte Mr. Pendensky lächelnd und rüttelte Zero spielerisch an der Schulter, weil in seinem Kopf absolut nichts drin ist. Zero. Zero schwieg. Und das hier ist Mom, sagte einer der Jungen. Mr. Pendensky lächelte ihn an. Wenn es euch hilft, Theodore, dann sagt ruhig weiter Mom zu mir. Dann wandte er sich Stanley zu. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wird Theodore dir helfen. Hast du mich verstanden, Theodore? Ich verlasse mich auf dich. Stanley schaute zu Boden. Mr. Pendensky verließ das Zelt, und bald darauf folgten ihm die anderen Jungen, ihre Handtücher und die Ersatzkleidung unterm Arm. Stanley war froh, allein zu sein. Aber er hatte solchen Durst, dass er das Gefühl hatte, er müsste sterben, wenn er nicht gleich was zu trinken bekäme. Hey, hey, Theodore, sagte er und lief dem Jungen nach. Weißt du, wo ich meine Flasche füllen kann? Theodore wirbelte herum und packte Stanley am Kragen. Ich heiße nicht Theodore, sagte er. Ich bin Deo. Er warf Stanley zu Boden. Erschrocken starrte Stanley ihn von unten an. An der Rückwand von den Duschen gibt's ein Wasserhahn. Danke, Deo, sagte Stanley. Stanley steht das erste Mal unter der eiskalten Dusche und stellt fest, dass das Wasser bereits nach vier Minuten abgedreht wird. Auch das Essen ist furchtbar. Zähes Fleisch und verkochtes Gemüse. Während des Essens wird Stanley ausgefragt. Was hast du gemacht? fragte ihn einer der anderen. Zuerst wusste Stanley gar nicht, was der Junge meinte. Es hat doch einen Grund, dass sie dich hierher geschickt haben. Ach so, sagte Stanley. Jetzt kapierte er. Ich hab ein paar Turnschuhe geklaut. Die anderen fanden das komisch. Stanley war sich nicht sicher, wieso eigentlich. Vielleicht hatten sie selbst ja viel Schlimmeres gemacht, als Schuhe zu klauen. Aus einem Laden, oder hast du sie einem von den Füßen geklaut? Äh, weder noch, antwortete Stanley. Sie gehörten Clyde Livingston. Das nahm ihm keiner ab. Du meinst, Sweet Feet? sagte X-Ray. Das gibt's doch nicht. Ausgeschlossen, sagte Torpedo. Als Stanley später auf seinem Bett lag, kam es ihm erst richtig komisch vor. Keiner hatte ihm geglaubt, als er sagte, dass er unschuldig sei. Aber als er sagte, er habe die Dinger wirklich geklaut, da glaubte ihm auch keiner. Clyde Sweet Feet Livingston war ein berühmter Baseballspieler. Er war der einzige Spieler in der Geschichte des Baseball, der je in einem einzigen Spiel vier Home Runs geschafft hatte. Stanley hatte ein Poster von Clyde Livingston in seinem Zimmer an der Wand hängen. Jedenfalls hatte er es mal gehabt. Wo es jetzt war, wusste er nicht. Die Polizei hatte es als Beweisstück mitgenommen und vor Gericht als Indiz für seine Schuld präsentiert. Auch Clyde Livingston war im Gerichtssaal erschienen. Als Stanley hörte, dass Sweet Feet kommen würde, war er trotz allem ganz gespannt darauf, seinem Helden zu begegnen. Clyde Livingston bezeugte, Er sagte, dass es sich bei den Turnschuhen tatsächlich um seine handelte und, dass er sie einem Heim für Straßenkinder gespendet hatte. Er sagte, er könne nicht begreifen, wie ein Mensch so gemein sein könne, Kindern, die kein Zuhause hätten, etwas zu stehlen. Das war das Schlimmste für Stanley. Sein Held hielt ihn für einen elenden, nichtsnutzigen Dieb. In seiner Schule hatte es einen Jungen gegeben, Derek Dunn, der ihn ständig fertig gemacht hatte. Die Lehrer hatten Stanleys Beschwerden nie ernst genommen, weil Derek so viel kleiner war als Stanley. Manche Lehrer schienen es sogar witzig zu finden, dass ein kleiner Junge wie Derek es ausgerechnet auf ein Riesenbaby wie Stanley abgesehen hatte. An dem Tag, als Stanley festgenommen wurde, hatte Derek Stanley das Hausaufgabenheft weggeschnappt, ihm damit vor der Nase herumgewedelt und gesagt, »Komm, hol's dir doch!« Schließlich hatte er es ins Jungenklo geschmissen. Bis Stanley es sich endlich zurückgeholt hatte, war sein Bus weg und er musste nach Hause laufen. Auf diesem Nachhauseweg, mit dem nassen Heft und der Aussicht darauf, die ruinierten Seiten nochmal abschreiben zu dürfen, waren die Turnschuhe vom Himmel gefallen. »Einer ist mir direkt auf den Kopf gefallen«, hatte er dem Richter erzählt. Genau genommen waren sie natürlich nicht vom Himmel gefallen. Er ging gerade unter einer Überführung hindurch, als ihm der Schuh auf den Kopf fiel. Für Stanley war es so etwas wie ein Omen gewesen. Sein Vater war schon seit einiger Zeit daran, ein Recyclingverfahren für alte Turnschuhe zu entwickeln, und nun fiel Stanley plötzlich ein paar Turnschuhe auf den Kopf. Selbstverständlich konnte Stanley nicht wissen, dass die Schuhe Sweet Feet Livingston gehörten. Wer immer sie getragen hatte, musste Fußschweiß der übelsten Sorte gehabt haben. Er rannte los. Vielleicht hatte er es eilig gehabt, seinem Vater die Schuhe zu bringen, vielleicht wollte er auch bloß vor dem ganzen Elend und den Demütigungen davonrennen, die er an diesem Tag in der Schule erlebt hatte. Dann hatte ein Polizeiwagen neben ihm angehalten. Ein Polizist hatte ihn gefragt, wieso er so rannte. Dann hatte er ihm die Schuhe abgenommen und über Funk eine Nachfrage gestartet. Kurz darauf war Stanley festgenommen worden. Es hatte sich herausgestellt, dass die Turnschuhe aus dem Heim für Straßenkinder gestohlen worden waren, wo man sie in einer Vitrine ausgestellt hatte. Am Abend desselben Tages wurden in diesem Heim reiche Leute erwartet. Die für das gleiche Essen, das die Armen dort Tag für Tag umsonst bekamen, 100 Dollar bezahlen würden. Clyde Livingston, der früher einmal selbst in diesem Heim gelebt hatte, sollte dort sprechen und Autogramme geben. Seine Schuhe sollten versteigert werden. Und es wurde damit gerechnet, dass sie mehr als 5000 Dollar einbringen würden. Das ganze Geld sollte für die Straßenkinder ausgegeben werden. Stanleys Eltern konnten sich keinen Anwalt leisten. Du brauchst keinen Anwalt, hatte seine Mutter gesagt. Erzähl ihnen einfach die Wahrheit. Stanley hatte die Wahrheit gesagt. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er ein bisschen gelogen hätte. Er hätte sagen können, er hätte die Schuhe auf der Straße gefunden. Dass sie vom Himmel gefallen waren, hatte ihm niemand geglaubt. Der Richter hatte Stanleys Tat als schändlich bezeichnet. Er hatte gesagt, dass es in Camp Green Lake einen freien Platz gäbe. Und er hatte gemeint, dass die strikte Disziplin, die dort herrsche, dazu beitragen könne, Stanley zu einem besseren Charakter zu verhelfen. Die Schaufel fühlte sich schwer an in Stanleys weichen, fleischigen Händen. Er versuchte, sie in die Erde zu rammen. Aber das Schaufelblatt knallte gegen den Boden und prallte dort ab, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. Stanley spürte, wie erst der Schaufel schafft und dann seine Handgelenke von dem Stoß zitterten. Es war noch dunkel. Das einzige Licht kam vom Mond und den Sternen. So viele Sterne hatte Stanley noch nie zuvor gesehen. Als Mr. Pendensky sie geweckt hatte, war es ihm vorgekommen, als sei er eben erst eingeschlafen. Mit aller Kraft stieß er die Schaufel wieder gegen den ausgetrockneten Grund des Sees. Er überlegte, ob seine Schaufel womöglich kaputt war. Er schaute verstohlen zu Zero hinüber, der etwa 15 Fuß entfernt gerade eine Schaufel voll Erde hochhob und auf einen Haufen warf, der schon fast einen Fuß hoch war. Zum Frühstück hatte es lauwarmen Getreidebrei gegeben. Das Beste war noch der Orangensaft. Jeder hatte ein Trinkpäckchen mit etwa einem halben Liter bekommen. Dann hatten sie ihre Trinkflaschen gefüllt, ihre Schaufeln geholt und waren auf den See hinaus marschiert. Jede Gruppe bekam ein bestimmtes Gebiet zugewiesen. Die Schaufeln wurden in einem Schuppen in der Nähe der Duschen aufbewahrt. Die Schaufeln waren von der Spitze des Stahlblatts bis zum Ende des hölzernen Schafts fünf Fuß hoch. Stanleys Loch sollte so tief werden, wie seine Schaufel lang war und die Schaufel musste in jeder Richtung quer hineinpassen. Der See war so übersät mit Löchern und Erdhaufen, dass Stanleys an Aufnahmen vom Mond denken musste. Wenn du irgendetwas Interessantes oder Ungewöhnliches finden solltest, hatte Mr. Pendenski ihm gesagt, dann sag es mir oder Mr. Sir, wenn wir mit dem Wasserwagen vorbeikommen. Wenn dem Boss gefällt, was du gefunden hast, bekommst du den Rest des Tages frei. Wonach sollen wir denn suchen? hatte Stanleys gefragt. Suchen sollte nach gar nichts. Das Graben dient einzig und allein der Charakterbildung. Nur wenn ihr zufällig etwas findet, dann wüsste der Boss es gern. Stanleys sah einen Spalt im Boden. Er platzierte die Schaufel direkt darüber und sprang dann mit beiden Füßen auf die Oberkante des Schaufelblatts. Die Schaufel versank einige Zoll tief in der harten Erde. Stanleys grinste. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er etwas davon, dass er übergewichtig war. Er lehnte sich auf den Schaft, wuchtete seine erste Ladung Erde hoch und warf sie zur Seite. Bloß noch zehn Millionen Mal so viel, dachte er, platzierte die Schaufel von Neuem auf dem Spalt und sprang wieder darauf. Auf diese Weise hatte er schon mehrere Schaufeln Erde hochgeholt, als ihm klar wurde, dass er die Erde dort ablud, wo er sein Loch graben sollte. Er legte seine Schaufel flach auf den Boden und markierte die Ränder des Lochs. Fünf Fuß war furchtbar breit. Er schaffte die Erde, die er bereits hochgeholt hatte, an eine Stelle außerhalb seiner Markierung. Dann trank er etwas Wasser aus seiner Flasche. Fünf Fuß. Das war auch furchtbar tief. Nach einer Weile wurde es leichter zu graben. Die erste Schicht von rund acht Zoll war von der Sonne steinhart gebrannt. Darunter war die Erde lockerer. Aber als Stanley die obere Kruste geschafft hatte, hatte er mitten am rechten Daumen eine Blase, sodass es wehtat, die Schaufel zu halten. Stanleys Ururgroßvater hieß Elia Jellnetz. Er war in Lettland zur Welt gekommen. Als er fünfzehn war, verliebte er sich in Myra Menke. Myra Menke war vierzehn. In zwei Monaten würde sie fünfzehn werden. Und dann, so hatte ihr Vater es beschlossen, sollte sie heiraten. Elia ging zu Myras Vater, um ihn um die Hand seiner Tochter zu bitten. Aber er war nicht der Einzige. Auch Igor Barkov, der Schweinebauer, kam. Igor war siebenundfünfzig, hatte eine ewig rote Nase und dicke Pausbacken. Ich biete dir mein fettestes Schwein für deine Tochter, sagte Igor. Und was hast du zu bieten? wollte Myras Vater von Elia wissen. Ein Herz voller Liebe, sagte Elia. Ein fettes Schwein wäre mir lieber. Sagte Myras Vater. Verzweifelt ging Elia zur alten Madame Zeroni, die am Ortsrand lebte. Er hatte sich mit ihr angefreundet, obschon sie so viel älter war als er. Sie war sogar älter als Igor Barkov. Madame Zeronis Haut war dunkel und ihr Mund sehr groß. Wenn sie einen Menschen ansah, schienen ihre Augen immer größer zu werden. Und man hatte das Gefühl, dass sie direkt in einen hineinsah. Elia, was ist mit dir? fragte sie prompt. Sie saß in einem behelfsmäßigen Rollstuhl, weil ihr der linke Fuß fehlte. Das Bein endete am Knöchel. Ich bin in Myra Menke verliebt, gestand Elia. Aber Igor Barkov hat sein fettestes Schwein für sie geboten. Da kann ich nicht mithalten. Umso besser, sagte Madame Zeroni. Du bist noch zu jung zum Heiraten. Du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Aber ich liebe Myra. Myras Kopf ist so hohl wie eine Blumenvase. Aber sie ist schön. Madame Zeroni spuckte auf den Lehmboden. Sie riet Elia, nach Amerika zu gehen. So wie mein Sohn. Da liegt deine Zukunft. Nicht bei Myra Menke. Aber davon wollte Elia nichts wissen. Er war 15. Und er sah nichts außer Myras oberflächlicher Schönheit. Madame Zeroni fand es schrecklich, Elia so verzweifelt zu sehen. Und deshalb half sie ihm wieder besseres Wissen. Zufällig hat meine Sau gestern Ferkel geworfen, sagte sie. Es ist ein Winzling dabei, der nicht trinken will. Du kannst ihn haben. Er würde sowieso sterben. Madame Zeroni führte Elia hinters Haus, wo sie ihre Schweine hielt. Elia nahm das winzige Ferkel auf den Arm, aber was es ihm nutzen sollte, verstand er nicht. Es wächst noch, versicherte ihm Madame Zeroni. Siehst du den Berg dort hinter dem Wald? Ja, sagte Elia. Auf seinem Gipfel gibt es eine Quelle, die bergauf fließt. Du musst dein Ferkel jeden Tag auf den Berg tragen und es aus der Quelle trinken lassen. Während es trinkt, musst du ihm etwas vorsingen. Sie brachte Elia ein besonderes Lied bei, das er dem Schwein singen sollte. An Miras fünfzehntem Geburtstag trägst du das Schwein zum letzten Mal auf den Berg. Dann bring es von dort direkt zu Miras Vater. Es wird fetter sein als jedes von Igors Schweinen. Aber wenn es so dick und fett wird, fragte Elia, wie soll ich es dann auf den Berg schleppen? Das Ferkel ist dir doch jetzt auch nicht zu schwer, oder? fragte Madame Zeroni. Natürlich nicht, sagte Elia. Du wirst das Schwein jeden Tag auf den Berg tragen. Es wird immer ein bisschen größer werden, aber du wirst gleichzeitig ein bisschen kräftiger werden. Nachdem du Miras Vater das Schwein gegeben hast, möchte ich, dass du mir einen Gefallen tust. Jeden, sagte Elia. Ich möchte, dass du mich auch auf den Berg trägst. Ich möchte selbst aus der Quelle trinken, und du sollst mir dabei das Lied vorsingen. Elia versprach es. Wenn er es nicht täte, warnte ihn Madame Zeroni, dann wären er und seine Nachfahren bis in alle Ewigkeit verdammt. Damals dachte sich Elia nicht viel dabei. Außerdem hatte er Madame Zeroni gern und würde sie mit Freuden auf den Berg tragen. Er hätte es auf der Stelle getan, aber noch war er dafür nicht stark genug. Stanley grub immer noch. Sein Loch war jetzt etwa drei Fuß tief, aber nur in der Mitte. Die Seitenwände waren noch ganz schräg. Die Sonne war eben erst am Horizont aufgetaucht, aber schon fühlte er ihre heißen Strahlen im Gesicht. Er trank den letzten Tropfen Wasser aus seiner Flasche. Inzwischen hatte er an jedem Finger Blasen und auch auf den beiden Handflächen. Alle anderen hatten viel tiefere Löcher als er. Die Löcher selbst konnte er zwar nicht sehen, aber die hohen Erdhaufen daneben. Er sah, wie sich eine Staubwolke über das Ödland bewegte und merkte, dass die anderen Jungen aufgehört hatten zu graben und ebenfalls hinüberschauten. Die schmutzige Wolke kam immer näher und nun sah er, dass sie einem roten Pick-up folgte. Der Wagen hielt in ihrer Nähe und die Jungen stellten sich hinter ihm in einer Reihe an. X-Ray als erster, Zero als letzter. Mr. Sir füllte jedem die Trinkflasche aus seinem Wassertank auf der Ladefläche des Pick-ups. Mr. Sir ging mit Stanley zu dessen Loch zurück. Du solltest dich ein bisschen ranhalten, sagte er. Sonst musst du nachher in der heißesten Tageszeit graben. Jeden Tag trug Elia das Schweinchen auf den Berg und sang ihm vor, während es aus dem Bach trank. Das Schwein wurde immer fetter und Elia wurde immer kräftiger. Am Tag von Miras 15. Geburtstag wog Elia Schwein gute drei Zentner. Madame Seroni hatte ihm gesagt, er solle das Schwein an diesem Tag zum letzten Mal auf den Berg tragen, aber Elia wollte nicht selbst wie ein Schwein stinken, wenn er bei Mira vorsprach. Stattdessen nahm er ein Bad. Dann ging er mit dem Schwein zu Miras Haus. Auch Igor Barkov war dort mit seinem Schwein. Das sind die zwei prächtigsten Schweine, die ich je gesehen habe, erklärte Miras Vater. Er war auch von Elia selbst beeindruckt, der in diesen zwei Monaten größer und kräftiger geworden zu sein schien. Ich habe dich immer für einen gehalten, der seine Nase nur in Bücher steckt und zu nichts taugt, sagte er. Darf ich deine Tochter heiraten? fragte Elia kühn. Zuerst muss ich die Schweine wiegen. Ach, der arme Elia, er hätte sein Schwein doch noch ein letztes Mal auf dem Berg tragen sollen. Beide Schweine wogen exakt gleich viel. Miras Vater begab sich auf alle Viere und besah sich jedes Schwein vom Schwanz bis zur Schnauze. Das sind die zwei besten Schweine, die ich je gesehen habe, sagte er schließlich. Wie soll ich mich bloß entscheiden? Ich habe doch nur eine Tochter. Warum lässt du Mira nicht selbst entscheiden? schlug Elia vor. Miras Vater rieb sich das Kinn. Dann lachte er und sagte, warum nicht? Er schlug Elia auf den Rücken. Mir soll's egal sein, Schwein ist Schwein. Er ließ seine Tochter kommen. Elia errötete, als Mira den Raum betrat. Guten Tag, Mira, sagte er. Sie sah ihn an. Du bist Elia. Stimmt's? Mira, sagte ihr Vater. Elia und Igor haben mir jeder ein Schwein geboten, wenn sie dich zur Frau bekommen. Mir ist es gleich. Schwein ist Schwein. Also will ich dich entscheiden lassen. Wen möchtest du heiraten? Mira sah verwirrt aus. Du willst, dass ich das entscheide? Genau, meine Blume, sagte ihr Vater. Ui. Ich weiß auch nicht, sagte Mira. Welches Schwein wiegt mehr? Sie wiegen beide genau gleich viel, sagte ihr Vater. Du liebe Güte, sagte Mira. Ich glaube, ich werde Elia heiraten. Oder nein? Lieber doch Igor. Ach, jetzt weiß ich was. Ich denk mir eine Zahl aus zwischen eins und zehn. Wer von beiden die Zahl errät, die am nächsten dran ist, den werde ich heiraten. Äh, los, ich bin soweit. Zehn, rief Igor. Elia sagte nichts. Elia, sagte Mira. Welche Zahl rätst du? Elia mochte sich keine Zahl ausdenken. Heirate Igor, murmelte er. Mein Schwein kannst du behalten, als Hochzeitsgeschenk. Gegen Mittag gibt's zwar ein Imbiss, aber Stanley weiß nicht, ob er es schafft, sein Loch weiterzubuddeln. Ihm ist heiß. Er fühlt sich schlapp und zum Pinkeln wird er in eines der Erdlöcher geschickt. Er ist ziemlich verzweifelt. Nachdem er Miras Haus verlassen hatte, streifte Elia ziellos durch den Ort, bis er sich unten am Kai wiederfand. Er setzte sich ans Ende eines Landungsstegs und starrte in das kalte, schwarze Wasser. Er konnte es nicht verstehen, wieso Mira sich nicht zwischen ihm und Igor entscheiden konnte. Er hatte gedacht, sie liebte ihn. Madame Zeroni hatte recht gehabt. Miras Kopf war so hohl wie eine Blumenvase. An einem der anderen Docks sammelten sich ein paar Männer. Und Elia ging hinüber, um zu sehen, was da los war. Auf einem Schild stand, Matrosen gesucht, freie Überfahrt nach Amerika. Elia verstand nichts von der Seefahrt, aber der Kapitän des Schiffs nahm ihn trotzdem. Er sah, wie kräftig Elia war. Erst als das Schiff bereits den Hafen verlassen hatte und auf den Atlantik zusteuerte, erinnerte Elia sich plötzlich an sein Versprechen, Madame Zeroni auf den Berg zu tragen. Ihm war ganz schrecklich zumute. Vor dem Fluch hatte er keine Angst. Das war für ihn nichts weiter als dummes Gerede. Er fühlte sich nur deswegen so schlecht, weil er wusste, dass Madame Zeroni noch einmal aus der Quelle hatte trinken wollen, bevor sie starb. Zero, der Kleinste der Gruppe D, ist als Erster fertig. Dann Deo und so einer nach dem anderen. Nur Stanley gräbt immer noch an seinem Loch. Seine Mütze ist inzwischen blutverschmiert und er fühlt sich, als grabe er sein eigenes Grab. In Amerika lernte Elia Englisch. Er verliebte sich in eine Frau namens Sarah Miller. Sie konnte einen Flug lenken, eine Ziege melken und, was am wichtigsten war, selbstständig denken. Sie hatten kein leichtes Leben. Elia arbeitete schwer. Aber das Pech schien ihn zu verfolgen. Immer schien er zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Nachdem zum dritten Mal der Blitz in seine Scheune eingeschlagen hatte, erzählte er Sarah von dem Versprechen, das er Madame Zeroni gegeben und nicht gehalten hatte. Ich bin schlimmer als ein Schweinedieb, sagte er. Du solltest mich verlassen und dir einen anderen suchen, auf dem kein Fluch liegt. Ich verlasse dich nicht, sagte Sarah. Aber ich möchte, dass du etwas für mich tust. Was du willst, sagte Elia. Sarah lächelte. Sing mir das Schweinelied. Er sang es für sie. Ihre Augen leuchteten. Was für ein schönes Lied. Was bedeutet es? Elia tat sein Bestes, um das Lied aus dem Lettischen ins Englische zu übersetzen. Aber es war nicht dasselbe. Auf Lettisch reimt es sich, sagte er. Das habe ich gemerkt, sagte Sarah. Ein Jahr später kam ihr Kind zur Welt. Sarah nannte es Stanley, weil ihr aufgefallen war, dass Jellnets rückwärts gelesen Stanley ergab. Sarah veränderte die Worte des Schweineliedchens so, dass sie sich auf Englisch reimten und sang es dem kleinen Stanley jeden Abend vor. Wenn, wenn, ja wenn, seufzt der Specht, die Rinde am Baum nur ein bisschen weicher wär. Und unten lauert der Wolf, hungrig und einsam heult er zum Mond, zum Mond. Wenn, wenn, ja wenn. Stanley's Loch war jetzt so tief wie seine Schaufel, aber unten am Grund noch nicht breit genug. Er zog eine Grimasse, als er die Schaufel in den Boden hieb, ein Stück Erde herausstach und auf seinen Haufen beförderte. Wieder legte er seine Schaufel auf den Boden seines Lochs und zu seiner Überraschung passte sie jetzt hinein. Er drehte sie im Kreis und musste nur noch hier und da kleine Stücke Erde wegnehmen, bevor die Schaufel in jeder Richtung flach im Loch liegen konnte. Er hörte, wie sich der Wasserwagen näherte und empfand so etwas wie Stolz bei dem Gedanken, Mr. Sir oder auch Mr. Pendensky zeigen zu können, dass er sein erstes Loch gegraben hatte. Er legte beide Hände oben auf den Rand und versuchte, sich hochzuziehen. Er schaffte es nicht. Seine Arme waren zu schwach, um seinen schweren Körper hochzustemmen. Stanley, hörte er Mr. Pendensky rufen. Mit der Schaufel schlug er zwei Trittstellen in die Seitenwand. Als er hinauskletterte, sah er Mr. Pendensky auf sich zukommen. Ich hatte schon befürchtet, du wärst ohnmächtig geworden, sagte Mr. Pendensky. Du wärst nicht der Erste gewesen. Ich bin fertig, sagte Stanley und setzte sich die blutverschmierte Kappe wieder auf den Kopf. Gut so, sagte Mr. Pendensky und streckte ihm die Hand entgegen. Doch Stanley tat, als merke er es nicht. Er hatte gar nicht mehr die Kraft dazu. Mr. Pendensky ließ die Hand wieder sinken und schaute in Stanleys Loch hinunter. Gut gemacht, sagte er. Willst du mit zurückfahren? Stanley schüttelte den Kopf. Ich laufe. Mr. Pendensky stieg in seinen Wagen, ohne Stanleys Trinkflasche zu füllen. Stanley wartete, bis er losgefahren war. Dann sah er sich noch einmal sein Loch an. Er wusste, dass es nichts war, worauf man stolz sein konnte, aber er war trotzdem stolz. Er sammelte sein letztes bisschen Speichel zusammen und spuckte hinein, so wie es die anderen auch getan hatten. Viele Menschen glauben nicht an Flüche. Viele Menschen glauben auch nicht an gelbgefleckte Eidechsen. Aber wenn man von einer gebissen wird, dann ist es völlig egal, ob man daran glaubt oder nicht. Die Eidechse ist zwischen sechs und zehn Zoll groß und hat große, rote Augen. Außerdem hat sie noch schwarze Zähne und eine milchig-weiße Zunge. Von ihrem Aussehen her sollte man meinen, Rotaugeneidechse oder Schwarzzahneidechse, vielleicht auch Weißzungeneidechse, wären passendere Namen gewesen. Wenn nämlich jemals ein Wissenschaftler ihnen so nahe gekommen sein sollte, dass er die gelben Punkte erkennen konnte, dann war er hinterher vermutlich tot. Die gelbgefleckten Eidechsen leben gern in Löchern, weil sie ihnen Schutz vor der Sonne und vor Raubvögeln bieten. Sie fressen kleine Tiere, Insekten, die Dornen bestimmter Kakteen und die Schalen von Sonnenblumenkernen. Stanley stand unter der Dusche und ließ das kalte Wasser über seinen wunden, erhitzten Körper laufen. Vier Minuten Himmel. Den zweiten Tag hintereinander benutzte er keine Seife. Er war einfach zu müde. Stanley zog sich seine sauberen Sachen an. Dann kehrte er zu seinem Zelt zurück, verstaute die schmutzigen Kleider in seinem Kasten, nahm seinen Stift und die Schachtel mit dem Briefpapier heraus und machte sich auf den Weg zum Aufenthaltsraum. So gut wie alles in diesem Raum war kaputt. Das Fernsehgerät, der Spielautomat, die Möbel. Sogar die Menschen sahen kaputt aus, so wie ihre müden Körper auf Stühlen und Sofas hingen. X-Ray und Deo spielten Billard. Die Oberfläche des Tischs erinnerte Stanley an die Oberfläche des Sees. Sie war übersät mit Kerben und Löchern, weil schon so viele Leute ihre Initialen in den Filz geritzt hatten. Als Stanley durch den Raum ging, stolperte er über ein ausgestrecktes Bein. »Ey, pass doch auf!« sagte ein orange-roter Haufen auf einem Stuhl. »Pass selber auf!« brummte Stanley. Es kümmerte ihn wenig. Er war viel zu müde. »Was hast du gesagt?« wollte der Haufen wissen. »Nichts«, sagte Stanley. Der Haufen erhob sich. Er war fast so groß wie Stanley und um einiges kräftiger. »Und ob du was gesagt hast?« Er drückte seinen breiten Finger in Stanleys Nacken. »Wie war das gleich?« Sofort stand ein Kreis von Leuten um sie herum. »Immer mit der Ruhe«, sagte X-Ray. Er legte die Hand auf Stanleys Schulter. »Leg dich nicht mit dem Höhlenmenschen an«, sagte er warnt. »Der Höhlenmensch ist ein cooler Typ«, sagte Deo. »Ich wollte keinen Stunk machen«, sagte Stanley. »Ich bin bloß müde. Das ist alles.« Der Haufen grunzte. X-Ray und Deo brachten Stanley zu einem Sofa hinüber. Torpedo rückte ein Stück zur Seite, um Stanley Platz zu machen. »Hast du das da gesehen da drüben? Das mit dem Höhlenmenschen?« fragte X-Ray. »Starker Typ, der Höhlenmensch«, sagte Torpedo und boxte Stanley leicht auf den Arm. Das letzte, wonach ihm zumute war, war eine Prügelei mit einem Jungen, der Höhlenmensch genannt wurde. Er war froh, dass X-Ray und Deo ihm beigestanden hatten. »Und?« »Wie war dein erstes Loch?«, fragte Torpedo. Stanley stöhnte und die anderen Jungen lachten. »Na ja, das erste Loch ist am schwersten«, sagte Stanley. »Voll daneben«, sagte X-Ray. »Das zweite Loch ist viel schlimmer. Da tut dir schon alles weh, bevor du überhaupt nur angefangen hast. Wenn du jetzt glaubst, dass dir alles weh tut, dann warte mal ab, wie es dir morgen früh geht. Stimmt's?« »Stimmt«, sagte Torpedo. »Was hast du da in der Schachtel?« Stanley hatte ganz vergessen, dass er sie mitgebracht hatte. »Ach, bloß Papier. Ich wollte einen Brief an meine Mutter schreiben.« »Deine Mutter?«, fragte Torpedo und lachte. »Sie macht sich Sorgen, wenn sie nichts von mir hört.« Torpedo schnitt eine Grimasse. Stanley sah sich um. Das hier war der einzige Ort im ganzen Camp, wo die Jungs ein bisschen Spaß haben konnten. Und was hatten sie gemacht? Sie hatten alles ramponiert. Die Glasscheibe des Fernsehers war zertrümmert, als ob jemand hineingetreten hätte. Jedem Tisch und jedem Stuhl schien zumindest ein Bein zu fehlen. Alles hing schief. Er wartete so lange mit dem Brief, bis Torpedo aufgestanden und zu den anderen an den Billardtisch gegangen war. »Liebe Mom, heute war mein erster Tag hier im Camp, und ich habe bereits ein paar Freunde gefunden. Wir sind den ganzen Tag draußen am See gewesen. Deswegen bin ich ziemlich müde. Wenn ich die Schwimmprüfung bestanden habe, kann ich Wasserski laufen lernen. Ich...« Er hörte auf zu schreiben, weil er merkte, dass ihm jemand über die Schulter sah. Er drehte sich um und sah Zero, der hinter dem Sofa stand. »Ich will nicht, dass sie sich Sorgen um mich macht«, erklärte er. Zero sagte nichts. Er stand nur da und starrte mit ernster, fast ärgerlicher Miene auf den Brief. »Hatten die Schuhe ein rotes X auf der Sohle?«, fragte Zero. Stanley brauchte einen Moment, bevor er begriff, dass Zero ihn nach Clyde Livingstons Schuhen fragte. »Bestimmt«, sagte er. Er überlegte, woher Zero das wohl wissen konnte. Brand X war eine beliebte Turnschuhmarke. Vielleicht hatte Clyde Livingston ja Werbung dafür gemacht. »Auf, Höhlenmensch, es gibt Essen«, sagte Deo. »Kommst du, Höhlenmensch?«, sagte Torpedo. Stanley blickte sich um und sah, dass Deo und Torpedo ihn meinten. »Klar«, sagte er. Er legte den Deckel auf die Schachtel mit dem Briefpapier, stand auf und folgte den anderen Jungen hinaus zu den Tischen. Der Haufen war gar nicht der Höhlenmensch. Er selber war es. Er hob die linke Schulter und ließ sie wieder sinken. Immer noch besser als Kotztüte. Das Aufwachen ist grauenvoll. Stanley spürt, dass ihm jeder Muskel wehtut. Beim Frühstück kann er kaum den Löffel halten. Und auch wenn er beim Graben schon ein bisschen geschickter ist, glaubt er X-Ray aufs Wort. Das zweite Loch ist das schwerste. Er versuchte immer nur, an den nächsten Spatenstich zu denken und nicht an die furchtbare Arbeit, die vor ihm lag. Nach einer Stunde oder so hatte er den Eindruck, dass seine schmerzenden Muskeln langsam ein bisschen lockerer wurden. Er stöhnte, als er sich bemühte, die Schaufel in die Erde zu rammen. Seine Kappe rutschte ihm weg und die Schaufel fiel zu Boden. Er ließ sie liegen. Er trank einen Schluck aus seiner Flasche. Vermutlich würde der Wasserwagen bald kommen, aber vorsichtshalber trank er die Flasche nicht ganz leer, für den Fall, dass er sich irrte. Er bückte sich, um seine Mütze aufzuheben. Gleich daneben sah er auf einmal einen großen, flachen Stein. Während er die Mütze aufsetzte, schaute er weiter auf den Stein hinunter. Er hob ihn auf. Es kam ihm so vor, als sähe er die Umrisse eines versteinerten Fisches. Er rieb etwas von der Erde ab und die Linien des Fisches wurden deutlicher. Dann fiel ihm ein, was Mr. Sir und Mr. Pendensky gesagt hatten. Wenn er irgendetwas Interessantes ausgrub, sollte er es einem von beiden sagen. Falls es dem Boss gefiel, würde er den Rest des Tages frei bekommen. Wieder schaute er seinen Fisch an. Das war das Wunder. Er hatte es gefunden. Er grub weiter, wenn auch sehr langsam, während er auf den Wasserwagen wartete. Er wollte vermeiden, dass die anderen auf seinen Fund aufmerksam wurden, weil er Angst hatte, einer der anderen Jungen könnte ihm den Fisch wegnehmen. Er warf den Stein mit der Oberseite nach unten, neben seinen Erdhaufen, so als wäre er ohne besonderen Wert. Kurze Zeit später sah er die Staubwolke über den See näher kommen. Der Wagen hielt, und die Jungen stellten sich in einer Reihe auf. Stanley fiel auf, dass sie immer in der gleichen Reihenfolge standen, egal, wer zuerst beim Lastwagen angekommen war. X-Ray stand immer an vorderster Stelle. Dann kam Deo, Torpedo, Zickzack, Magnet und Zero. Stanley steckte den Stein in die Hosentasche und stellte sich hinter Zero. Er war froh, ganz hinten zu stehen. So würde keiner sein Fossil bemerken. Der Stein beulte die Hosentasche doch ziemlich aus. Mr. Pendensky füllte jedem Jungen die Trinkflasche, bis nur noch Stanley übrig war. Ich habe was gefunden, sagte Stanley und nahm den Fisch aus der Tasche. Mr. Pendensky streckte die Hand nach Stanleys Flasche aus, doch stattdessen reichte Stanley ihm den Stein. Was ist das? Das ist ein Fossil, sagte Stanley. Sehen Sie den Fisch? Interessant, sagte Mr. Pendensky. Jetzt gib mir deine Flasche. Stanley reichte sie ihm. Mr. Pendensky füllte sie und gab sie Stanley zurück. Bekomme ich jetzt den Rest des Tages frei? Wieso? Sie haben doch gesagt, wenn ich etwas Interessantes finde, dann würde der Boss mir den Rest des Tages freigeben. Mr. Pendensky lachte, während er Stanley das Fossil zurückgab. Tut mir leid, Stanley. Der Boss interessiert sich nicht für Fossilien. Zeig mal her, sagte Magnet und nahm Stanley den Stein aus der Hand. Stanley starrte Mr. Pendensky immer noch an. Hey, Zick, guck bloß mal diesen Stein an. Stark, sagte Zickzack. Stanley sah, wie sein Fossil herumgereicht wurde. Ich sehe gar nichts, sagte X-Ray. Er nahm seine Brille ab, rieb mit einem Stück seines dreckigen Anzugs darüber und setzte sie wieder auf. Nein, wie putzig, flötete Deo. Stanley ging zu seinem Loch zurück. Es war einfach nicht fair. Mr. Pendensky hatte selber gesagt, dass sein Fossil interessant sei. Er rammte die Schaufel in den Boden und holte eine neue Ladung Erde hoch. Nach einer Weile merkte er, dass X-Ray neben ihm stand und ihm zusah. Hey, Höhlenmensch. Ich muss dich mal kurz sprechen, sagte X-Ray. Stanley legte die Schaufel aus der Hand und kam aus seinem Loch. Hör mal, sagte X-Ray. Wenn du noch mal was findest, dann gibst du es mir, verstanden? Stanley wusste nicht richtig, was er sagen sollte. X-Ray war eindeutig der Anführer der Gruppe und Stanley hatte keine Lust, es sich mit ihm zu verderben. Du bist noch neu hier, stimmt's? Sagte X-Ray. Ich bin schon fast ein Jahr hier. Ich hab noch nie was gefunden. Ich kann nämlich nicht besonders gut sehen. Was ich damit sagen will, ist dies. Wieso solltest du einen freien Tag kriegen? Wo du doch erst ein paar Tage hier bist. Wenn hier jemand einen freien Tag kriegt, dann doch wohl ich. Ist doch nur gerecht, oder? Vermutlich, stimmte Stanley ihm zu. X-Ray lächelte. Du bist ein braver Junge, Höhlenmensch. Während er weiterbuddelt, denkt Stanley darüber nach, warum ausgerechnet X-Ray der Anführer seiner Gruppe ist. Er ist nicht mal der Größte und trotzdem haben alle Respekt vor ihm. Stanley ist froh über seinen Spitznamen Höhlenmensch, der beweist, dass er zur Gruppe dazugehört. Ihm fällt Derek dann aus seiner Schule ein. Und Stanley malt sich aus, wie es wäre, wenn die anderen Jungs aus dem Camp Derek seinetwegen verprügelten. Bei dieser Vorstellung fällt das Graben gleich leichter. Wieder war Stanley der Letzte, der mit seinem Loch fertig war. Es war schon später Nachmittag, als er sich zu den Zelten zurückschleppte. Wenn ihm jetzt jemand angeboten hätte, im Wasserwagen mitzufahren, hätte er nicht Nein gesagt. Als er ins Zelt kam, saß Mr. Pendensky mit den anderen Jungen in einem Kreis am Boden. Willkommen, Stanley, sagte Mr. Pendensky. Wir haben darüber gesprochen, was wir aus unserem Leben machen wollen, sagte Mr. Pendensky. Wir werden ja nicht für immer hier im Camp Green Lake bleiben und wir müssen uns vorbereiten auf den Tag, an dem wir von hier weggehen und uns der übrigen Gesellschaft wieder anschließen. Ey, das ist ja stark, Mom, sagte Magnet. Heißt das, dass Sie uns tatsächlich irgendwann hier rauslassen? Die anderen Jungen lachten. Na schön, José, sagte Mr. Pendensky. Was möchtest du mit deinem Leben anfangen? Keine Ahnung, sagte Magnet. Du solltest dir aber Gedanken darüber machen, meinte Mr. Pendensky. Es ist wichtig, dass man Ziele hat. Andernfalls endest du gleich wieder im Knast. Was würdest du denn gern machen? Ich mag Tiere, sagte Magnet. Gut, sagte Mr. Pendensky. Fällt jemandem eine Arbeit ein, bei der man mit Tieren zu tun hat? Tierarzt, sagte Deo. Richtig, sagte Mr. Pendensky. Er könnte im Zoo arbeiten, schlug Zickzack vor. Da gehört er auch hin, meinte Torpedo und er und X-Ray lachten. Was ist mit dir, Stanley? Hast du irgendeine Idee, was José werden könnte? Stanley seufzte. Domteur, sagte er dann. Im Zirkus oder beim Film oder sowas ähnliches. Klingt irgendeiner von diesen Vorschlägen so, als könnte dir das Spaß machen, José? fragte Mr. Pendensky. Ja, was der Höhlenmensch gesagt hat, das gefällt mir. Tiere für Filme dressieren, Affen dressieren, das wär bestimmt lustig. Wen wollen Sie jetzt eigentlich auf den Arm nehmen, Mom? fragte X-Ray. Aus Magnet wird doch nie ein Affendomteur. Das weißt du nicht, antwortete Mr. Pendensky. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach sein wird. Nichts im Leben ist einfach. Aber das ist noch lange kein Grund aufzugeben. Du wirst dich wundern, wie viel man erreichen kann, wenn man es sich nur fest genug vornimmt. Stanley überlegte. Stanley überlegte, was er wohl sagen würde, falls Mr. Pendensky ihn fragen sollte, was er aus seinem Leben machen wollte. Eigentlich hatte er immer vorgehabt, mal für das FBI zu arbeiten. Aber dies hier schien nicht der geeignete Ort, um das zu erwähnen. Bis jetzt habt ihr euch alle nach Kräften bemüht, euer Leben zu vermurksen, sagte Mr. Pendensky. Ich weiß, ihr findet euch cool. Er sah Stanley an. So, du bist also der Höhlenmensch, stimmt's? Macht es dir Spaß, Löcher zu buddeln? Stanley wusste nicht, was er sagen sollte. Ich will dir mal was sagen, Höhlenmensch. Dass du hier bist, das verdankst du einem einzigen Menschen. Weißt du, wer dieser Mensch ist? Mein Ur-Ur-Großvater, dieser elende Tun-nicht-gut-und-Schweinedieb. Die anderen Jungen gröten vor Lachen. Sogar Zero lächelte. Nein, sagte Mr. Pendensky. Du bist dieser Mensch, Stanley. Du bist der Grund, weswegen du hier bist. Du bist für dich selbst verantwortlich. Du hast dein Leben vermurkst. Und es liegt an dir, es wieder in den Griff zu kriegen. Kein anderer kann das für dich tun. Für keinen von euch. Mr. Pendensky schaute von einem Jungen zum anderen. Jeder von euch ist auf seine Weise etwas Besonderes, sagte er. Jeder von euch hat etwas zu bieten. Überlegt euch, was ihr tun wollt. Und dann tut es. Sogar du, Zero. Auch du bist nicht völlig wertlos. Das Lächeln war aus Zeros Gesicht verschwunden. Was willst du aus deinem Leben machen? fragte ihn Mr. Pendensky. Zeros Mund war fest verschlossen. Er starrte Mr. Pendensky an, und seine dunklen Augen schienen immer größer zu werden. Na? Wie ist es, Zero? fragte Mr. Pendensky. Was tust du gern? Ich grabe gern Löcher. Inzwischen sind fast zwei Wochen vergangen, und Stanley spürt, dass er schon kräftiger geworden ist. Außerdem hat er mindestens fünf Pfund abgenommen. Aber die Hitze machte ihm immer noch zu schaffen. Mittlerweile reichte ihm sein Loch bis zur Taille. Als die Erde hinausflog und auf dem Haufen landete, kam es ihm vor, als habe er etwas glitzern sehen. Aber selbst wenn da etwas war, was würde es ihm schon nützen? Er hatte ja versprochen, alles, was er fand, X-Ray zu geben. Da lohnte sich wohl kaum die Anstrengung, aus dem Loch zu klettern und nachzusehen. Wieder hieb er die Schaufel in den Boden, brach etwas Erde heraus und hob sie mit der Schaufel hoch. Aber anstatt sie auf seinem Haufen abzuladen, warf er sie daneben. Seine Neugier hatte gesiegt. Er stieg aus seinem Loch und fuhr mit den Fingern durch den Sand. Er fühlte etwas Hartes, Metallenes. Er zog es heraus. Es war ein goldenes Röhrchen, etwa so lang und so breit wie der Zeigefinger seiner rechten Hand. Das Röhrchen war an einer Seite offen, an der anderen geschlossen. Er nahm ein paar Tropfen seines kostbaren Wassers, um es sauber zu wischen. Es kam ihm so vor, als ob am flachen, geschlossenen Ende des Röhrchens etwas eingeritzt sei. Er konnte die Umrisse eines Herzens erkennen, indem die Buchstaben K.B. zu lesen waren. Er überlegte, was er machen könnte, damit er es nicht X-Ray geben müsste. Er konnte es natürlich einfach behalten. Aber das nützte ihm ja nichts. Er wollte einen freien Tag. Er warf einen Blick hinüber zu den großen Erdhaufen in der Nähe von X-Rays Loch. Doch X-Ray war wahrscheinlich schon fast fertig für heute. Den Rest des Tages freizubekommen, würde ihm kaum noch etwas bringen. Zuerst würde X-Ray das Röhrchen Mr. Sir oder Mr. Pendensky zeigen müssen, und die wiederum müssten es dem Boss zeigen. Bis dahin wäre X-Ray vermutlich sowieso fertig. Stanley überlegte, ob er mit dem Röhrchen heimlich direkt zum Boss gehen sollte. Er könnte ihm die Situation erklären, und der Boss konnte dann irgendeine Ausrede finden, um ihm den Tag freizugeben, sodass X-Ray keinen Verdacht schöpfen würde. Er blickte über den See hinüber zu der Hütte unter den Eichen. Der Ort machte ihm Angst. Er war jetzt fast zwei Wochen in Camp Green Lake, aber dem Boss hatte er noch nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Außerdem wusste er ja gar nicht, ob der Boss das Röhrchen interessant finden würde. Er schaute es wieder an. Irgendwie kam es ihm bekannt vor. Er dachte, dass er so etwas Ähnliches schon einmal irgendwo gesehen hatte. Aber er kam nicht drauf, wo. »Was hast du da, Höhlenmensch?«, fragte Zick-Zack. Stanley schloss seine große Hand um das Röhrchen. »Nichts, nur...« Es war zwecklos. »Kann sein, dass ich was gefunden habe.« »Zeig mal her!«, sagte Zick-Zack. Statt es Zick-Zack zu zeigen, brachte Stanley das Röhrchen zu X-Ray. Zick-Zack kam hinterher. X-Ray sah sich das Röhrchen an, wischte mit seinem dreckigen Hemd über seine dreckigen Brillengläser und schaute nochmal. Einer nach dem anderen ließen die anderen Jungs ihre Schaufeln fallen und kamen herüber, um zu sehen, was es da gab. »Sieht aus wie eine alte Munitionshülse«, meinte Torpedo. »Ja, so was wird es wohl sein«, sagte Stanley. »Nein, für eine Patronenhülse ist es zu lang und zu dünn«, sagte Magnet. »Na, auf jeden Fall werde ich es mal Mom zeigen«, sagte X-Ray. »Mal sehen, was er davon hält.« »Wer weiß, vielleicht kriege ich ja den Tag frei.« »Dein Loch ist doch schon fast fertig«, sagte Stanley. »Na und?« Stanley zuckte mit den Achseln. »Wieso wartest du nicht bis morgen und zeigst es Mom dann?«, schlug er vor. »Du kannst doch so tun, als ob du es früh am Morgen gleich als erstes gefunden hättest. Dann kannst du den ganzen Tag frei kriegen, statt heute Nachmittag ein oder zwei Stunden.« X-Ray grinste. »Gant schön clever, Höhlenmensch!« Er ließ das Röhrchen in der großen Tasche an seinem dreckigen, orange-roten rechten Hosenbein verschwinden. Stanley kehrte zu seinem Loch zurück. Als der Wasserwagen kam, wollte Stanley wie immer seinen Platz am Ende der Reihe einnehmen, aber X-Ray sagte, er solle sich hinter Magnet stellen, vor Zero. Stanley war einen Platz aufgestiegen. Als Stanley am Abend auf seinem kratzigen, stinkenden Bett lag, überlegte er hin und her, was er hätte anders machen können. Aber es fiel ihm nichts ein. Da war er einmal in diesem Leben, in dem er schon so viel Pech gehabt hatte, im richtigen Moment, am richtigen Ort. Und es hatte ihm trotzdem nichts genützt. Mr. Sir ging mit den Jungen hinaus auf den See. Den ganzen Weg überkaute er Sonnenblumenkerne und spuckte die Schalen in die Gegend. Mit dem Stiefelabsatz markierte er die Stellen, an denen die Jungen graben sollten. Kurz nach Sonnenaufgang kam der Wasserwagen. Stanley trank die letzten Tropfen und stieg aus seinem Loch. In diese Tageszeit konnte er manchmal auf der anderen Seite des Sees in weiter Ferne Hügel oder Berge erkennen. Der Wagen hielt und die Staubwolke zog vorbei. X-Ray nahm seinen Platz ganz vorn in der Reihe ein. Mr. Pendensky füllte ihm die Flasche. Danke, Mom, sagte X-Ray. Das Röhrchen erwähnte er nicht. Mr. Pendensky füllte sämtliche Flaschen und stieg dann wieder ins Führerhaus seines Pickups. Mr. Pendensky, brüllte X-Ray aus seinem Loch. Halt! Mr. Pendensky, warten Sie! Ich glaube, ich habe was gefunden! Die anderen Jungen kamen alle hinter Mr. Pendensky her, als er zu X-Rays Loch hinüberging. Aus einem Häufchen Erde am Rand von X-Rays Schaufel sah Stanley das Goldröhrchen herausragen. Mr. Pendensky betrachtete es von allen Seiten. Besonders den flachen Boden sah er lange an. Ich glaube, das wird dem Boss gefallen. Es dauerte nicht lange, bis der Pickup zurückkam. Mr. Pendensky kletterte aus dem Führerhaus. Auf der Beifahrerseite stieg eine große Frau mit roten Haaren aus. Da Stanley unten in seiner Grube stand, schien sie ihm noch größer, als sie eigentlich war. Sie trug einen schwarzen Cowboyhut und schwarze Cowboystiefel, die mit türkisen Steinen besetzt waren. Die Ärmel ihrer Hemdbluse waren aufgerollt, und Stanley sah, dass ihre Arme ebenso wie ihr Gesicht voller Sommersprossen waren. Sie ging direkt auf X-Ray zu. War das hier, wo du es gefunden hast? Ja, Ma'am. Gut gemacht. Dafür bekommst du eine Belohnung. Sie wandte sich an Mr. Pendensky. Fahren Sie X-Ray zurück zum Camp. Lassen Sie ihn doppelt so lange duschen wie sonst und geben Sie ihm saubere Sachen zum Anziehen. Aber zuerst möchte ich, dass Sie sämtliche Wasserflaschen füllen. Äh, ich habe sie eben erst gefüllt, sagte Mr. Pendensky. Die Frau sah ihn streng an. Pardon? Ihre Stimme war sanft. Ich hatte sie eben gefüllt, als Rex... Pardon? sagte die Frau wieder. Hatte ich sie gefragt, wann Sie die Flaschen zuletzt gefüllt haben? Mr. Pendensky verstummte. Die Frau winkte ihn mit dem Zeigefinger zu sich. Diese Jungs hier haben schwer gearbeitet, sagte sie. Glauben Sie nicht, dass es möglich sein könnte, dass Sie vielleicht etwas getrunken haben, seit Sie ihnen zuletzt die Flaschen gefüllt haben. Mr. Pendensky schwieg. Die Frau wandte sich an Stanley. Höhlenmensch, würdest du bitte mal herkommen? Stanley war überrascht, dass sie seinen Namen kannte. Er war nervös, als er zu ihr hinüberging. Hast du schon etwas getrunken, seit Mr. Pendensky dir zuletzt die Flasche gefüllt hat? Stanley wollte Mr. Pendensky keinen Ärger machen. Ich habe noch eine ganze Menge, sagte er. Pardon? Stanley verbesserte sich. Ja, ich habe was getrunken. Danke, sagte die Chefin. Und wenn ich Ihnen das nächste Mal etwas sage, dann erwarte ich, dass Sie es auch tun, ohne meine Autorität in Frage zu stellen. Wenn es Ihnen zu viel Mühe macht, eine Trinkflasche zu füllen, dann bekommen Sie von mir eine Schaufel. Dann dürfen Sie das Loch weitergraben, und der Höhlenmensch kann Ihnen die Flasche füllen. Sie wandte sich wieder an Stanley. Das würde dir doch sicher nicht zu viel Mühe machen, oder? Nein, sagte Stanley. Nun? Wie haben Sie sich entschieden? fragte sie Mr. Pendensky. Möchten Sie die Flaschen füllen, oder möchten Sie lieber graben? Die Flaschen füllen, sagte Mr. Pendensky. Danke sehr. Die Chefin holte eine Heugabel von der Ladefläche des Pickups und ging damit den Erdhaufen neben X-Rays Loch durch, um zu sehen, ob sich darin vielleicht noch etwas anderes verbarg. Zero, sagte die Chefin, ich will, dass du X-Rays Loch übernimmst. Sie schien zu wissen, dass Zero am schnellsten graben konnte. Deo und Torpedo? Ihr grabt da weiter, wo ihr angefangen habt. Aber ihr bekommt jeder einen Helfer. Zickzack, du hilfst Deo, Magnet hilft Torpedo. Höhlenmensch, du arbeitest mit Zero zusammen. Die Erde wird immer zweimal bewegt. Zero gräbt das Loch und der Höhlenmensch schaufelt die Erde anschließend vorsichtig in einen Schubkarren. Genauso machen es Zickzack und Deo, Magnet und Torpedo. Wir wollen nichts übersehen. Wenn einer von euch etwas findet, bekommt ihr beide den Rest des Tages frei und dürft doppelt so lange duschen. Den Rest des Tages blieb die Chefin an Ort und Stelle, zusammen mit Mr. Pendensky und Mr. Sir, der nach einer Weile ebenfalls aufgetaucht war. Stanley befolgte die Anweisungen genau. Wow. Sorgfältig sah er die Erde durch, die Zero aus dem Loch warf, obwohl er wusste, dass er nichts finden würde. Immerhin war es leichter, als selbst ein Loch zu graben. Die Chefin konnte nicht stillstehen. Ständig lief sie herum, schaute den Jungen über die Schulter und ging mit ihrer Heugabel die Erde durch. Gut, machst du das wirklich, sagte sie zu Stanley. Wir haben keine Eile, wiederholte die Chefin mehrfach. Wichtig ist nur, dass wir nichts übersehen. Die Jungen gruben, bis jedes Loch gut sechs Fuß tief und sechs Fuß breit war. Nun gut, für heute soll's genug sein, sagte die Chefin. Ich habe so lange gewartet, da kann ich auch noch bis morgen warten. Mr. Sir fuhr sie zu ihrer Hütte zurück. Eines war jedenfalls sicher. Sie gruben diese Löcher nicht bloß, um ihren Charakter zu festigen. Sie suchten eindeutig nach etwas. Aber wonach auch immer sie suchten, sie suchten am falschen Ort. Stanley blickte über den See hinaus, dorthin, wo er gestern gegraben hatte, als er das Goldröhrchen gefunden hatte. Er grub die Stelle tief in sein Gedächtnis ein. Als Stanley den Aufenthaltsraum betrat, schallte ihm vom anderen Ende X-Rays Stimme entgegen. X-Ray war quietschvergnügt. Er lachte und gestikulierte mit den Armen beim Sprechen. »Holla, Höhlenmensch, komm her, alter Junge!« brüllte er zur Tür herüber. Stanley durchquerte den Raum. »Hey, rück mal ein Stück Torpedo!«, sagte X-Ray. »Mach Platz für den Höhlenmensch!« Stanley ließ sich aufs Sofa fallen. »Was ist eigentlich los, Jungs?«, fragte X-Ray. »Seid ihr müde, oder was?«, er lachte. »Komm schon, mach halblang, bitte!«, stöhnte Zickzack. »Ich will was im Fernsehen sehen!« Stanley warf einen unsicheren Blick auf Zickzack, der wie gebannt auf den zertrümmerten Bildschirm des Fernsehers starrte. Am nächsten Morgen begrüßte die Chefin die Jungen beim Frühstück und ging mit ihnen zu den Löchern hinüber. Vier sollten graben, drei kümmerten sich um die Schubkarren. »Schön, dass du da bist,«, sagte sie. »Heute brauchen wir deine scharfen Augen!« Stanley sah das Goldröhrchen immer noch vor sich. Es kam ihm irgendwie bekannt vor, aber es fiel ihm einfach nicht ein, wieso. Vielleicht war es ja die Kappe eines vornehmen Goldfüllers gewesen. K.B. könnten die Initialen eines berühmten Schriftstellers gewesen sein. Um die Frühstückspause herum wurde die Chefin langsam ungeduldig. Sie drängte sie schneller zu essen, damit sie wieder zurück an die Arbeit konnten. Stanley rannte fast, wenn er die Schubkarre schob. Mr. Sir erinnerte sie immer wieder daran, dass sie hier nicht bei den Pfadfinderinnen seien. Sie hörten erst auf zu graben, als die anderen Gruppen schon alle zurückgegangen waren. Mr. Pendensky betrat den Aufenthaltsraum. »Stanley!«, rief er, während er auf ihn zukam. »Der heißt Höhlenmensch!«, sagte X-Ray. »Stanley!«, sagte Mr. Pendensky. »Ich heiße Höhlenmensch!«, sagte Stanley. »Also, ich habe hier einen Brief für jemanden namens Stanley Jelnetz!«, sagte Mr. Pendensky. »Öh, hm! Danke!«, sagte Stanley und nahm den Brief. Er war von seiner Mutter. Stanley steckte den Brief in die große Tasche an seinem Hosenbein. »Willst du ihn uns nicht vorlesen?«, fragte Deo. »Lass den in Ruhe, Jungs!«, sagte X-Ray. »Wenn der Höhlenmensch uns den Brief nicht vorlesen will, dann muss er es auch nicht.« »Wahrscheinlich ist er von seiner Braut!«, Stanley musste grinsen. Er las den Brief später, als die anderen schon zum Essen gegangen waren. »Lieber Stanley, wir haben uns so gefreut, von Dir zu hören. Als Dein Brief kam, bin ich mir vorgekommen, wie eine von den Müttern, die es sich leisten können, ihre Kinder im Sommer ins Feriencamp zu schicken. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber ich bin sehr stolz auf Dich, dass Du Dich bemühst, aus einer schwierigen Lage das Beste zu machen. Wer weiß? Vielleicht ist das alles doch noch zu irgendwas gut. Dein Vater glaubt, dass sein Turnschuhprojekt kurz vor dem großen Durchbruch steht. Hoffentlich hat er recht. Der Vermieter hat uns schon damit gedroht, uns rauszuschmeißen, weil es so stinkt. Alles Liebe von uns beiden.« Die nächsten eineinhalb Wochen müssen die Jungen unter der Aufsicht der Chefin an der ewig gleichen Stelle weitergraben. Die Chefin wird langsam ungeduldig und damit auch ungerecht. Sie schnauzt die Jungen an und droht, ihre Wasserration zu verkleinern. Am nächsten Morgen marschierte Mr. Sir mit den Jungen zu einer anderen Stelle des Sees. Und jeder grub wieder sein eigenes Loch. Stanleys Muskeln waren inzwischen kräftiger geworden, und an seinen Händen hatte sich eine dicke Hornhaut gebildet. Er grub immer noch am langsamsten, aber nicht mehr viel langsamer als Magnet. Keine halbe Stunde, nachdem Magnet ins Camp zurückgekehrt war, spuckte auch Stanley in sein Loch. Nach dem Duschen stopfte er seine dreckigen Sachen in den Kasten und nahm sein Briefpapier heraus. Zum Schreiben blieb er im Zelt, damit Torpedo und die anderen sich nicht über ihn lustig machten, weil er an seine Mutter schrieb. Liebe Mom, lieber Dad, das Leben im Camp ist hart, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung. Wir haben schon Hindernisrennen gemacht, und jetzt trainieren wir Langstreckenschwimmen im See. Morgen lernen wir... Er hörte auf zu schreiben, als Zero ins Zelt kam, machte dann aber weiter. Was Zero dachte, war ihm egal. Zero war ein Niemand. Steilwand klettern. Ich weiß, das hört sich gefährlich an, aber macht euch keine Sorgen. Zero stand jetzt neben ihm und sah ihm beim Schreiben zu. Stanley drehte sich um und gleich durchzuckte ihn ein Schmerz im Hals. Es passt mir nicht, dass du mir über die Schulter guckst und mitliest, verstanden? Zero schwieg. Ich passe gut auf mich auf. Nicht alles hier ist Spaß und Spiel, aber ich glaube, es bringt mir auf jeden Fall eine ganze Menge. Charakterbildung und so. Die anderen Jungs... Ich kann das nicht, sagte Zero. Wie? Kannst du's mir beibringen? Stanley begriff nicht, wovon Zero überhaupt redete. Ich würde gerne lesen und schreiben lernen, sagte Zero. Stanley entfuhr ein kurzes Lachen. Es war nicht so, als würde er über Zero lachen. Er war einfach überrascht. Tut mir leid, sagte er. Ich weiß nicht, wie man das jemandem beibringt. Nachdem er den ganzen Tag lang gegraben hatte, fehlte ihm wirklich die Kraft, Zero lesen und schreiben beizubringen. Schreiben musst du mir nicht unbedingt beibringen, sagte Zero. Bloß lesen. Ich hab sowieso keinen, dem ich schreiben könnte. Tut mir leid, wiederholte Stanley. Seine Muskeln und Hände waren nicht das Einzige an ihm, das in den letzten Wochen härter geworden war. Auch sein Herz hatte sich verhärtet. Er schrieb den Brief fertig. Er hatte kaum noch genug Spucke im Mund, um den Umschlag zuzukleben und die Briefmarke anzufeuchten. Stanley verhält sich vorsichtig zwischen den Jungen, redet wenig, hält sich möglichst raus. Er ist froh, dass es wenigstens keine Rassenprobleme gibt, denn X-Ray, Deo und Zero sind Schwarze, Magnet, Hispanisch und die anderen Weiße. Beim Buddeln aber sind alle gleich. Mr. Sir füllte ihnen die Flaschen. Der Wagen entfernte sich. Stanley war bereits wieder in seinem Loch und hatte nach der Schaufel gegriffen, als er Magnet rufen hörte, Will jemand Sonnenblumenkerne? Magnet stand neben seinem Loch und hielt einen Sack mit Kernen in der Hand. Er kippte sich eine Handvoll in den Mund, kaute und schluckte sie dann hinunter, mit Schale und allem. Hier, ich! brüllte X-Ray. Der Sack sah etwa halb voll aus. Magnet rollte das obere Stück auf und warf X-Ray dem Sack zu. Wie bist du da rangekommen, ohne dass Mr. Sir dich gesehen hat, fragte Deo. Ich kann nicht anders, sagte Magnet. Er reckte beide Hände in die Luft, wackelte mit den Fingern und lachte, hm, meine Finger sind nun mal wie kleine Magnete. Der Sack wanderte weiter von X-Ray zu Deo, dann zu Torpedo und Zickzack. Stanley wusste, dass er als Nächster an der Reihe sein würde. Er wollte den Sack gar nicht. Im selben Moment, als Magnet gerufen hatte, will jemand Sonnenblumenkerne, war ihm klar gewesen, dass es Ärger geben würde. Aufgepasst, Höhlenmensch! Hier kommen Sie, sagte Zickzack, per Luftpost Spezialzustellung. Ob die Kerne schon aus dem Sack fielen, bevor er überhaupt bei Stanley angekommen war, oder erst nachdem er den Sack fallen gelassen hatte, konnte er hinterher nicht mehr sagen. Ihm war es so vorgekommen, als hätte Zickzack den Sack vor dem Werfen oben nicht zusammengerollt. Aber es war alles so furchtbar schnell gegangen. Gerade flog der Sack noch durch die Luft und im nächsten Moment schon lag er in Stanleys Loch und alle Kerne im Dreck. Oh Mann, sagte Magnet. Tut mir leid, sagte Stanley und fing an, die Sonnenblumenkerne zurück in den Sack zu schieben. Ich will doch keinen Dreck fressen, sagte X-Ray. Stanley wusste nicht, was er tun sollte. Der Wagen kommt, brüllte Zickzack. Stanley sah auf, zu der sich nähernden Staubwolke, dann wieder nach unten auf die verstreuten Kerne. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Er hieb die Schaufel in die Erde und versuchte, die Kerne unterzugraben. Hallo, Mr. Sir, sagte X-Ray. Schon zurück? Stanley grub weiter in seinem Loch. Na, wie ist die Stimmung bei meinen Pfadfinderinnen? fragte Mr. Sir, während er von einem Loch zum anderen schritt. Er trat gegen einen von Magnets Erdhaufen und kam dann zu Stanley herüber. Stanley sah zwei Kerne unten am Boden herausragen und als er versuchte, Erde darüber zu schieben, wurde ein Stück von dem Sack sichtbar. Nun, Höhlenmensch, was gibt's? fragte Mr. Sir, als er über ihm stand. Du siehst aus, als ob du was gefunden hättest. Stanley wusste nicht, was er machen sollte. Grab es aus, sagte Mr. Sir. Wir bringen es dem Boss. Vielleicht bekommst du ja den Rest des Tages frei. Ach, das ist nichts, brummte Stanley. Das lass mich mal entscheiden, sagte Mr. Sir. Stanley langte nach unten und hob den leeren Sack auf. Er wollte ihn Mr. Sir reichen, aber der nahm ihn nicht. Jetzt sag mir mal bitte, Höhlenmensch, fing Mr. Sir an, wie kommt der Sack von meinen Sonnenblumenkernen in dein Loch? Ich hab ihn von ihrem Wagen gestohlen. Tatsächlich? Ja, Mr. Sir. Und die Sonnenblumenkerne? Was ist damit? Die hab ich gegessen. Alleine? Ja, Mr. Sir. Hey! Höhlenmensch, rief Deo. Wieso hast du uns keine abgegeben? Das ist ein starkes Stück, Mann, sagte X-Ray. Mr. Sir blickte die Jungen der Reihe nach an und sah dann wieder auf Stanley. Wir werden sehen, was der Boss dazu zu sagen hat. Los, gehen wir. Stanley kletterte aus seinem Loch und folgte Mr. Sir zum Wagen. Den leeren Sack hielt er noch immer in der Hand. Um zur Tür der Hütte zu gelangen, mussten sie erst um etliche Löcher herumgehen. Stanley wunderte sich, dass es um die Hütte herum so viele davon gab. Mr. Sir klopfte an die Tür. Stanley hielt noch immer den leeren Sack in der Hand. Ja, bitte, sagte die Chefin, als sie die Tür öffnete. Es hatte ein kleines Problem gegeben draußen am See, sagte Mr. Sir. Der Höhlenmensch wird Ihnen die Einzelheiten berichten. Die Chefin starrte Mr. Sir einen Augenblick an, bevor sie ihren Blick zu Stanley hinüberwandern ließ. Er fühlte jetzt nur noch Angst. Also, was hast du mir zu sagen? Stanley holte tief Luft, um ruhiger zu werden. Als Mr. Sir unsere Wasserflaschen gefüllt hat, bin ich zum Wagen geschlichen und hab ihm den Sack mit den Sonnenblumenkernen gestohlen. Ich verstehe. Sie wandte sich am Mr. Sir. Ist das der Grund, weswegen Sie ihn hergebracht haben? Ja, allerdings glaube ich nicht, dass er die Wahrheit sagt. Ich vermute, einer von den anderen hat den Sack gestohlen und der Höhlenmensch versucht, X-Ray oder wen auch immer zu decken. Es war ein Zehn-Kilo-Sack und er behauptet, er habe alles allein aufgegessen. Mr. Sir nahm Stanley den Sack aus der Hand und reichte ihn der Chefin. Ich verstehe, sagte sie wieder. Der Sack war nicht mehr voll, sagte Stanley, und außerdem habe ich viele verschüttet. Sie können in meinem Loch nachsehen. In dem Zimmer dort drüben steht ein geblümtes Köfferchen, Höhlenmensch. Würdest du es mir bitte holen? Sie wies auf eine Tür. Es war so etwas Ähnliches wie ein Ankleidezimmer mit einem Waschtisch und einem Spiegel. Neben dem Waschbecken sah er das Köfferchen. Er brachte es der Chefin und sie stellte es vor sich auf den Glastisch. Sie öffnete den Verschluss und hob den Deckel. Es war ein Kosmetikkoffer. Stanleys Mutter besaß einen ganz ähnlichen. Er sah etliche Flaschen, Nagellack, Nagellackentferner, mehrere Lippenstifthülsen sowie verschiedene Tiegel- und Puderdosen. Die Chefin hielt ein Fläschchen mit dunkelrotem Inhalt hoch. Siehst du das hier, Höhlenmensch? Stanley nickte. Dies ist mein ganz persönlicher Nagellack. Siehst du die satte, dunkelrote Farbe? Diesen Lack kann man in keinem Laden kaufen. Ich muss ihn selbst herstellen. Stanley hatte keine Ahnung, wieso sie ihm das zeigte. Möchtest du wissen, welche geheime Zutat ich hineinmixe? Die Chefin öffnete die Flasche. Klapperschlangengift. Mit einem kleinen Pinsel fing sie an, den Lack auf die Nägel der linken Hand aufzutragen. Es ist vollkommen harmlos, wenn der Lack getrocknet ist. Sie lackierte die Nägel zu Ende. Das Gift wirkt nur, solange der Lack noch flüssig ist. Als sie fertig war, stand sie auf. Sie streckte die rechte Hand aus und berührte Stanleys Gesicht mit ihren Fingern. Mit den spitzen, noch feuchten Nägeln fuhr sie langsam über seine Wange. Er spürte, wie sich seine Haut spannte. Ein stechender Schmerz durchfuhr ihn, und unwillkürlich machte er einen Schritt zurück. Die Chefin wandte sich nun Mr. Sir zu, der vor dem Kamin saß. Sie glauben also, dass er die Sonnenblumenkerne gestohlen hat? Nein, er sagt, er hätte sie gestohlen, aber ich glaube, dass... Sie trat einen Schritt auf ihn zu und schlug ihm ins Gesicht. Mr. Sir starrte sie entsetzt an. Drei lange rote Striemen liefen quer über seine linke Gesichtshälfte. Stanleys konnte nicht erkennen, ob es Blut war oder Nagellack. Es dauerte einen Moment, bis das Gift in die Haut eingesunken war. Plötzlich schrie Mr. Sir auf und hielt sich mit beiden Händen das Gesicht. Er ließ sich nach vorn fallen und blieb auf dem Läufer vor dem Kamin liegen. Ihre Sonnenblumenkerne interessieren mich herzlich wenig, sagte die Chefin mit sanfter Stimme. Mr. Sir stöhnte. Wenn Sie es unbedingt hören wollen, fuhr die Chefin fort. Mir hat es besser gefallen, als Sie noch geraucht haben. Die Chefin wandte sich wieder Stanley zu. Ich würde vorschlagen, du gehst jetzt wieder an deine Arbeit. Stanley setzte sich in Bewegung. Aber Mr. Sir lag ihm im Weg. Stanley sah, wie die Muskeln in seinem Gesicht zuckten. Der ganze Körper krümmte sich in Todesqualen. Stanley kletterte vorsichtig über ihn hinweg. Ist er... Pardon, sagte die Chefin. Stanley hatte zu viel Angst, um seine Frage zu wiederholen. Sterben wird er nicht daran, sagte die Chefin. Pech für dich. Auf dem Weg zurück zu seinem Loch hofft Stanley, dass sich Mr. Sir nicht allzu sehr an ihm rächen wird. Er muss an seinen Urgroßvater denken, der siebzehn Tage lang in der heißen Wüste überlebt hatte, nachdem ihn Kissing Kate Barlow ausgeraubt hatte. Wenn man ihn später fragte, wie er das geschafft habe, antwortete er immer nur, Gottes Daumen habe ihn gerettet. Keiner verstand, was er damit meinte. Als Stanley an sein Loch zurückkommt, bemerkte er erstaunt und dankbar, dass Zero während Stanleys Abwesenheit an dessen Loch weitergegraben hat. Stanley war als erster fertig. Er spuckte in sein Loch, ging dann duschen und zog sich um. Er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, wieso Zero für ihn gegraben hatte. Zero hatte ja noch nicht mal was abbekommen von den Sonnenblumenkernen. Stanley hatte ihm nicht einmal gedankt. Aber jetzt saß er auf seinem Feldbett und wartete darauf, dass Zero vom Duschen zurückkam. Danke, sagte er, als Zero ins Zelt kam. Zero warf ihm einen Blick zu und ging dann zu den Kästen hinüber, wo er seine dreckigen Sachen und sein Handtuch verstaute. Wieso hast du mir geholfen? fragte Stanley. Zero drehte sich um. Du hast die Sonnenblumenkerne ja nicht geklaut, sagte er. Stimmt. Du aber auch nicht, sagte Stanley. Zero starrte ihn an. Seine Augen schienen immer größer zu werden. Und es war fast, als würde er einfach durch Stanley hindurchsehen. Du hast auch die Turnschuhe nicht geklaut, sagte er. Stanley sagte nichts. Er sah Zero nach, als er aus dem Zelt ging. Warte, rief er und lief ihm schnell hinterher. Zero war gleich vor dem Zelt stehen geblieben und Stanley rannte ihn fast um. Wenn du willst, bring ich dir Lesen bei, bot er an. Ich weiß zwar nicht, ob ich das kann, aber heute bin ich nicht so kaputt, weil du ja schließlich einen großen Teil von meinem Loch gegraben hast. Ein breites Lächeln ging über Zero's Gesicht. Sie kehrten ins Zelt zurück, wo sie vermutlich ungestört bleiben würden. Stanley holte die Schachtel mit seinem Briefpapier und den Stift aus seinem Kasten. Dann setzten sie sich auf den Boden. Kennst du das Alphabet? fragte Stanley. Ein bisschen, glaube ich, sagte Zero. A, W, C, D. Weiter, sagte Stanley. Zero schaute zum Zeltdach hoch. E, F, sagte Stanley. G, sagte Zero. Er blies Luft aus beiden Mundwinkeln. H, I, K, P, H, I, J, K, L, sagte Stanley. Stimmt, sagte Zero. Gehört habe ich das schon mal. Ich habe es nur nicht mehr ganz im Kopf. Macht nichts, sagte Stanley. Pass auf. Ich sage dir jetzt das Ganze noch mal vor, damit du dich besser erinnerst. Dann kannst du es ja mal ausprobieren. Er sprach Zero das ganze Alphabet vor. Und Zero wiederholte es ohne einen einzigen Fehler. Der nächste Schritt war schon schwieriger. Stanley musste sich überlegen, wie er Zero beibringen konnte, die einzelnen Buchstaben zu erkennen. Er gab Zero ein Blatt Papier und nahm sich selbst auch eins. Ich denke, wir fangen mal mit dem A an. Geduldig erklärt Stanley Zero die Buchstaben des Alphabets, wie viele es gibt und dass man sie groß und klein schreiben kann. Zero versteht schnell und noch schneller ist er im Kopfrechnen, wie Stanley erstaunt bemerkt. Zero hat sofort einen cleveren Plan im Kopf, wie sie beim Lernen vorgehen können und bietet im Gegenzug an, Stanley beim Graben zu helfen. Als Stanley später am Abend auf seinem Bett lag, dachte er noch einmal über das Abkommen nach, das er mit Zero geschlossen hatte. Es war schon eine Erleichterung, jeden Tag eine Pause machen zu können. Er schloss die Augen und Bilder aus der Hütte der Chefin schwammen durch seinen Kopf. Ihre roten Fingernägel, Mr. Sir, der sich auf den Boden krümmte, der geblümte Kosmetikkoffer, er öffnete die Augen wieder. Mit einem Mal war ihm klar, wo er so ein goldenes Röhrchen schon einmal gesehen hatte. Das war zu Hause gewesen, in ihrem Badezimmer, zwischen den Sachen seiner Mutter und später noch einmal in der Hütte der Chefin. Es war die Hälfte von einer Lippenstifthülse. KB? Auf einmal schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. Tonlos formten seine Lippen den Namen Kate Barlow, während er noch überlegte, ob das Röhrchen tatsächlich der küssenden Banditin gehört haben könnte. Vor 110 Jahren war der Green Lake der größte See in Texas gewesen. Im Frühling, wenn die Pfirsichbäume weiß und rosa blühten, war es ganz besonders schön. Am 4. Juli, dem Nationalfeiertag, gab es immer ein Picknick für die ganze Stadt. Jedes Jahr wurden Preise verliehen für die besten Pfirsichkuchen und die beste Pfirsichmarmelade. Einen Sonderpreis erhielt in jedem Jahr Miss Catherine Barlow für ihre wundervollen, eingemachten Pfirsiche. Jeden Sommer pflückte Miss Catherine körbeweise Pfirsiche, würzte sie mit Zimt, Nelken, Muskat und anderen Gewürzen, die sie niemandem verriet und machte sie ein. So hielten sie sich den ganzen Winter lang. Catherine Barlow war die einzige Lehrerin des Ortes. Sie unterrichtete in einem alten Schulhaus, das nur aus einem einzigen Zimmer bestand. Es war schon damals alt. Das Dach war nicht dicht, die Fenster ließen sich nicht öffnen, die Tür hing schief in den Angeln. Miss Barlow war eine wundervolle Lehrerin, voller Wissen und Lebensfreude. Die Kinder liebten sie. Abends unterrichtete sie Erwachsene. Und auch unter ihnen waren viele, die sie liebten. Sie war sehr hübsch. In ihren Klassen saßen oft zahlreiche junge Männer, die sich viel mehr für die Lehrerin interessierten, als dafür etwas zu lernen. Einer dieser jungen Männer war Trout Walker. Eigentlich hieß er Charles Walker, aber jeder nannte ihn nur Trout, Forelle, denn seine Füße stanken wie tote Fische. Fast jeder in der Stadt Green Lake glaubte, dass Miss Catherine Trout Walker heiraten würde. Er war nämlich der Sohn des reichsten Mannes in der Gegend. Seiner Familie gehörten fast alle Pfirsichbäume und alles Land am Ostufer des Sees. Trout erschien oft abends zum Unterricht, aber er passte nie auf, schwätzte ständig und störte seine Mitschüler. Er war laut und dumm und schien auch noch stolz darauf zu sein, dass er so dumm war. »Hätten Sie Lust, am Samstag mit mir rauszufahren mit meinem neuen Boot?« fragte er eines Abends nach dem Unterricht. »Nein, danke«, sagte Miss Catherine. »Wir haben ein nagelneues Boot,« sagte er. »Man muss nicht mal rudern.« Jeder in der Stadt hatte das neue Boot der Walkers bereits gesehen und gehört. Es machte einen fürchterlichen Lärm und ließ hässlichen schwarzen Rauch über den schönen See. Trout hatte immer alles bekommen, was er wollte. Er konnte es nicht glauben, dass Miss Catherine ihm einen Korb gegeben hatte. Er wies mit dem Finger auf sie und sagte, »Noch nie hat jemand zu Charles Walker Nein gesagt.« »Ich glaube, ich habe es gerade getan,« sagte Catherine Barlow. Beim Frühstück teilt Mr. Sir das Essen mit dickgeschwollenem Gesicht aus. Als ihn ein Junge darauf anspricht, packt und wirkt ihn Mr. Sir. Keiner traute sich daraufhin, noch irgendwas zu dem Aufseher zu sagen. Als Stanley am Mittag durstig ansteht, um seine Wasserflasche auffüllen zu lassen, muss er erleben, wie sich Mr. Sir an ihm rächt. Er füllt das Wasser nämlich nicht in Stanleys Wasserflasche, sondern sprengt damit den heißen Wüstensand. Stanley muss sprachlos zusehen, wie das kostbare Nass versickert. Es gab einen Arzt in der Stadt Green Lake, damals, vor 110 Jahren. Dr. Hawthorne, hieß er. Und wenn jemand krank wurde, dann ging er zu Dr. Hawthorne. Oder er ging zu Sam, dem Zwiebelmann. Zwiebeln! Süße, frische Zwiebeln! rief Sam, wenn er mit Mary Lou, seiner Eselin, über die Straßen von Green Lake zog. Mary Lou war vor einen mit Zwiebeln beladenen Karren gespannt. Sam hatte seine Zwiebelfelde irgendwo auf der anderen Seite des Sees. Einmal die Woche ruderte er über den See und erntete eine neue Ladung für seinen Wagen. Meistens ließ er Mary Lou so lange in einem Stall stehen, den die Walkers ihn umsonst benutzen ließen, aber ab und zu nahm er den Esel auch mit aufs Boot. Sam behauptete, Mary Lou sei schon fast 50 Jahre alt, ein ganz ungewöhnlich hohes Alter für einen Esel, auch heute noch. Sie frisst nichts anderes als rohe Zwiebeln, sagte Sam immer, und hielt eine weiße Zwiebel zwischen seinen dunklen Fingern hoch. Die Zwiebel ist das Zaubermittel der Natur. Ein Mensch, der nichts anderes essen würde als rohe Zwiebeln, könnte glatt 200 Jahre alt werden. Sam selbst war kaum über 20. Deswegen war auch niemand ganz überzeugt, dass Mary Lou tatsächlich so alt war, wie Sam behauptete. Woher sollte er es wissen? Er besaß viele verschiedene Salben, Tinkturen, Säfte und Pasten, die er alle aus Zwiebelsaft und aus verschiedenen Teilen der Zwiebelpflanze herstellte. Mit dem einen Mittel kurierte er Asthma, das andere war gut bei Warzen und Pickeln und das dritte half gegen Arthritis. Wenn Catherine Barlow Zwiebeln kaufte, nahm sie jedes Mal eine oder zwei zusätzlich und ließ Mary Lou sie ihr aus der Hand fressen. Stimmt irgendwas nicht? fragte Sam sie eines Tages, während sie Mary Lou fütterte. Sie sehen so nachdenklich aus. Ach, es ist nur das Wetter. Ja, antwortete Miss Catherine. Es sieht so aus, als ob Regenwolken in unsere Richtung zögen und das Dach vom Schulhaus ist nicht dicht. Ach, das kriegen wir schon wieder hin, sagte Sam. Ich bin ganz geschickt mit den Händen. Mein Boot habe ich selbst gebaut. Wenn das nicht dicht wäre, dann könnte es ganz schön unangenehm werden. Sie trafen ein Abkommen. Er würde ihr die undichten Stellen im Dach stopfen und sie würde ihm dafür sechs Gläser von ihren eingemachten Pfirsichen geben. Eine Woche dauerte es, bis Sam das Dach repariert hatte, weil er immer nur nachmittags arbeiten konnte, nachdem die Schule aus war und bevor der Unterricht am Abend begann. Sam durfte nicht am Unterricht teilnehmen, weil er ein Schwarzer war. Während Sam auf dem Dach arbeitete, blieb Miss Catherine normalerweise in der Schule, sah Hefte durch oder machte andere Arbeiten. Sie war erstaunt, wie sehr er sich für Dichtung interessierte. Wenn er eine Pause machte, las sie ihm manchmal ein Gedicht vor. Sie war traurig, als das Dach fertig war. Stimmt etwas nicht? fragte er. Nein. Sie haben das ganz wundervoll gemacht, sagte sie. Es ist nur so, dass die Fenster lassen sich nicht mehr öffnen. Das kriegen wir schon wieder hin, sagte Sam. Sie gab ihm noch zwei Gläser Pfirsiche und Sam reparierte die Fenster. Als er an den Fenstern arbeitete, erzählte er ihr von seinem geheimen Zwiebelfeld auf der anderen Seite des Sees, wo die Zwiebeln das ganze Jahr überwachsen und das Wasser bergauf fließt. Als die Fenster sich wieder öffnen ließen, beklagte sie sich, dass ihr Schreibtisch wackelte. Das kriegen wir schon wieder hin, sagte Sam. Als sie ihn das nächste Mal traf, erwähnte sie, dass die Tür schief in den Angeln hing und während er die Tür reparierte, konnte sie wieder einen Nachmittag mit ihm verbringen. Am Ende des ersten Halbjahres hatte Zwiebel Sam das alte, heruntergekommene Schulhaus in ein solides, frisch gestrichenes Gebäude verwandelt, ein Juwel, auf das die ganze Stadt stolz war. Die einzige, die sich nicht freute, war Miss Catherine. Es gab überhaupt nichts mehr zu reparieren. Eines Nachmittags saß sie an ihrem Schreibtisch und lauschte dem Regen, der aufs Dach trommelte. Kein Wasser drang mehr in das Klassenzimmer, bis auf die wenigen Tropfen, die aus ihren Augen fielen. Zwiebeln! Gute scharfe Zwiebeln! hörte sie Sam draußen auf der Straße rufen. Sie lief zu ihm hinaus. Anliebsten wäre sie ihm um den Hals gefallen, aber das brachte sie nicht fertig. Stattdessen legte sie beide Arme um den Nacken von Mary Lou. Stimmt was nicht? fragte Sam. Ach, Sam, sagte sie, mir bricht das Herz. Das kriegen wir schon wieder hin, sagte Sam. Sie drehte sich um und sah ihn an. Er nahm ihre beiden Hände in seine und dann küßte er sie. Genau in diesem Moment verließ Hattie Parker den Gemischtwarenladen. Die beiden sahen sie nicht, aber sie sah die beiden. Mit bebendem Finger zeigte sie in ihre Richtung und zischte Gott wird euch strafen. Telefone gab es noch nicht, aber auch so verbreitete sich die Nachricht in Windeseile in der kleinen Stadt. Am Ende des Tages gab es niemanden in Green Lake, der nicht gehört hätte, dass die Lehrerin den Zwiebelverkäufer geküsst hatte. Nicht ein einziges Kind erschien am nächsten Morgen zum Unterricht. Miss Catherine saß allein im Klassenzimmer und fragte sich, ob sie sich vielleicht im Wochentag geirrt hatte. Sie hörte ein Geräusch vor der Tür und gleich darauf stürmte eine Horde Männer und Frauen das Schulgebäude. Angeführt wurde sie von Trout Walker. Da ist sie, brüllte Trout, da ist die Teufelin. Der Pöbel warf Tische und Bänke um und riss die Tafeln von den Wänden. Überlegt euch, was ihr tut, schrie Miss Catherine. Jemand wollte sie packen, riss an ihrem Kleid, aber Miss Catherine schaffte es, aus dem Schulhaus zu entkommen. Sie rannte zum Büro der Sheriffs. Der Sheriff hatte die Füße auf den Schreibtisch gelegt und trank Whisky aus der Flasche. Morgen, Miss Catherine, sagte er. Sie machen das ganze Schulhaus kaputt, rief sie atemlos. Sie werden es noch abbrennen, wenn niemand Sie daran hindert. Beruhigen Sie sich erst mal, meine Hübsche, meinte der Sheriff gemächlich, und dann erzählen Sie mir, worum es eigentlich geht. Er erhob sich und kam auf sie zu. Du bist, weiß Gott, ein hübsches Mädchen, sagte der Sheriff. Miss Catherine starrte ihn entsetzt an. Komm, küss mich, sagte der Sheriff. Sie schlug ihm ins Gesicht. Er lachte. Den Zwiebelmann hast du doch auch geküsst. Warum dann nicht mich? Sie wollte noch einmal zuschlagen, aber er hielt ihre Hand fest. Sie wandte sich, um freizukommen. Sie sind betrunken, schrie sie. Ich trinke mir immer einen an, bevor ich jemanden aufhängen muss. Aufhängen? Aber wen denn? Es ist gegen das Gesetz, wenn ein Nigger eine Weiße küsst. Dann werden sie mich auch aufhängen müssen, sagte Catherine. Ich habe ihn nämlich zurückgeküsst. Wenn du ihn küsst, ist das nicht gegen das Gesetz, erklärte der Sheriff. Nur, wenn er dich küsst. Miss Catherine riss ihre Hand los. Während sie zur Tür rannte, hörte sie den Sheriff noch sagen, Sam wird nach dem Gesetz bestraft. Du bekommst eine Strafe von Gott. Als sie auf die Straße trat, sah sie Rauch aus dem Schulhaus aufsteigen. Sie rannte zum See hinunter, wo Sam gerade dabei war, Mary Lou vor den Zwiebelkarren zu spannen. Gott sei Dank, dass ich dich gefunden habe, sagte sie und fiel ihm um den Hals. Wir müssen weg von hier, sofort. Was? Irgendwer muss uns gestern gesehen haben, als wir uns geküsst haben, sagte sie. Sie haben das Schulhaus im Brand gesteckt. Der Sheriff hat gesagt, er wird dich aufhängen. Sams Boot lag im Wasser und sie stiegen ein. Mit seinen kräftigen Armen ruderte Sam vom Ufer weg. Doch dem motorisierten Boot von Trout Walker waren aus Sams Arme nicht gewachsen. Sie waren kaum weiter als über den halben See gerudert, als Miss Catherine das laute Dröhnen des Motors hörte. Dann sah sie den hässlichen schwarzen Rauch. Was dann geschah? Das Boot der Walkers rahmte Sams Boot. Sam wurde im Wasser erschossen. Catherine Barlow wurde gegen ihren Willen gerettet. Als sie ans Ufer zurückgebracht wurde, sah sie Mary Lou dort liegen. Jemand hatte den Esel in den Kopf geschossen. Das alles geschah vor 110 Jahren. Seit damals ist nicht ein Tropfen Regen auf Green Lake gefallen. Der Hörer mag selbst entscheiden, Wen hat Gott gestraft? Drei Tage nach Sams Tod erschoss Miss Catherine den Sheriff, während er an seinem Schreibtisch saß und eine Tasse Kaffee trank. Anschließend schminkte sie sich sorgfältig die Lippen rot, bevor sie ihm den Kuss gab, um den er sie gebeten hatte. Während der nächsten 20 Jahre war Kissing Kate Barlow eine der gefürchtetsten Banditinnen im ganzen amerikanischen Westen. Drei Tage schon gibt Mr. Sir Stanley kein Wasser. Sein einziger Trost besteht darin, dass ihm Mr. Pendensky ein bisschen mehr zuteilt als sonst. Auch dass Zero für Stanley am Loch schaufelt, erleichtert dem Jungen das Leben. Allerdings fangen die anderen deswegen über Stanley zu spotten an und bezeichnen ihn als Sklavenhalter. Endlich füllt Mr. Sir Stanleys Flasche wieder. Allerdings verschwindet er anschließend mit dem Behältnis hinter dem Wasserwagen. Und Stanley kann nur ahnen, was dort passiert. Er traut sich nicht, von dem Wasser zu trinken und schüttet es weg. Immerhin hat Zero inzwischen das Alphabet gelernt und kann seinen Namen schreiben. Erstmals erfährt Stanley, wie Zero richtig heißt, nämlich Hector Zeroni. Zwanzig Jahre später kehrte Kate Barlow nach Green Lake zurück. Hier würde niemand sie je finden, in einer Geisterstadt, an einem Geistersee. Die Pfirsichbäume waren alle abgestorben, nur ein paar kleine Eichen wuchsen noch neben einer alten verlassenen Hütte. Diese Hütte hatte einmal am Ostufer des Sees gestanden, jetzt befand sich das Ufer mehr als fünf Meilen entfernt und der See war nicht mehr als ein kleiner Tümpel mit dreckigem Wasser. In diese Hütte zog Kate Barlow ein. Manchmal hörte sie noch das Echo von Sams Stimme über das weite Land Teilen. Zwiebeln! Süße, frische Zwiebeln! Über drei Monate lebte sie schon in der Hütte, als sie eines morgens davon sah sie direkt vor ihrer Nase verschwommen das Ende eines Gewehrlaufs. Du hast genau zehn Sekunden, um mir zu sagen, wo du deine Beute versteckt hast, sagte Trout. Sonst jage ich dir eine Kugel in den Kopf. Kate gähnte. Eine rothaarige Frau war zusammen mit Trout hereingekommen. Kate sah, wie sie die Hütte durchwühlte, Schubladen ausleerte und Dinge aus Schrankfächern fegte. Gewehr gegen den Hals. Wo ist deine Beute? Es gibt keine Beute, sagte Kate. Komm mir nicht damit, brüllte Trout. Du hast doch jede Bank zwischen hier und Houston ausgeraubt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, sagte Kate. Es tat einen lauten Knall, als Trout sein Gewehr direkt über Kates Kopf abfeuerte. Das Fenster hinter ihr zersprang. Wo hast du das Zeug vergraben? schrie er. Los, Trout. Erschieß mich ruhig, sagte Kate. Ich hoffe nur, dass es dir Spaß macht zu graben. Du wirst nämlich sehr lange graben. Da draußen ist ein riesiges Ödland. Ihr beide, eure Kinder und deren Kinder, ihr könnt die nächsten hundert Jahre graben. Finden werdet ihr doch nichts. Sie zerrten sie aus dem Bett und stießen sie vors Haus. Sie banden ihr die Beine locker zusammen, sodass sie zwar laufen, aber nicht wegrennen konnte. Sie ließen sie barfuß über den heißen Sand gehen. Sie erlaubten ihr nicht stehen zu bleiben. Erst wenn du uns zu der Beute geführt hast, sagte Trout. Sie lief erst hierhin, dann dorthin, bis ihre Füße schwarz und voller Blasen waren. Langsam verliere ich die Geduld, drohte Trout. Kate fühlte die Schaufel im Rücken, bevor sie auf den harten Erdboden fiel. Heute haben wir es noch gut mit dir gemeint, sagte Trout. Aber es wird jeden Tag schlimmer werden, solange du uns zu der Stelle führst. Eine Eidechse machte einen Satz auf Kate zu. Sie sah ihre großen roten Augen. Die Eidechse landete auf Kates nackten Knöchel. Ihre scharfen schwarzen Zähne gruben sich in ihr Bein. Die weiße Zunge schleckte die Blutstropfen auf, die aus der Wunde tropften. Kate lächelte. Jetzt konnten sie ihr nichts mehr anhaben. Fangt an zu graben, sagte sie. Wo ist es? kreischte die Frau. Wo hast du es vergraben? herrschte Troutzie an. Kate Barlow starb lachend. Das Wetter änderte sich, zum Schlechteren. Die Luft wurde unerträglich feucht. Stanley war schweißgebadet. Wassertropfen rannen am Griff seiner Schaufel hinab. Das Echo eines Donners heilte über den leeren See. Weit drüben im Westen hinter den Bergen gab es ein Gewitter. Nach Stanleys Zählung vergingen mehr als dreißig Sekunden zwischen Blitz und Donner. So weit entfernt war das Gewitter. Der Himmel im Westen war ganz dunkel. Und jedes Mal, wenn ein Blitz aufleuchtete, zeichnete her! Ein weit gespanntes Netz aus Blitzen erhellte den Horizont. In diesem Moment schien es Stanley, als er eine ungewöhnliche Felsformation auf einem der Berggipfel. Der Gipfel sah für ihn so aus, wie eine riesige Faust, aus der der Daumen senkrecht in die Höhe ragte. Dann war das Bild auch schon verschwunden. Und Stanley war sich nicht sicher, ob er gesehen hatte oder nicht. Ich habe auf Gottes Daumen Zuflucht gefunden. Das hatte sein Urgroßvater angeblich gesagt, nachdem Kate Barlow ihn ausgeraubt und in der Wüste zurückgelassen hatte. Niemand kam je dahinter, was er damit gemeint hatte. Als er es sagte, war er im Delirium. Aber wie konnte er drei Wochen lang ohne Essen und ohne Wasser überleben? hatte Stanley seinen Vater gefragt. Ich weiß es nicht, hatte meinte oder erzählt, wie er überlebt hat? Nein, er hat immer nur auf seinen Vater geschimpft, diesen Tun-ich-Gut- und Schweinedieb. Der sei an allem Schuld gewesen. Das Gewitter zog weiter nach Westen und nahm alle Hoffnung auf Regen mit sich. Doch das Bild der Faust mit dem Daumen vergaß Stanley nicht. Nur war es so, dass für ihn das Licht nicht von dem Blitz gekommen war, der hinter dem Daumen aufflammte, sondern aus dem Daumen selbst, gerade so, als wäre er der Daumen Gottes. Zickzack behauptet beim Frühstück, dass er Geburtstag hat. Heute sei der 8. Juli. Stanley überlegt, wie lange er dann wohl schon hier sei und Zero hat es blitzschnell ausgerechnet. 46 Tage. Seinem Gefühl nach waren es eher 1000. Aber Stanley bemerkt, dass er viel kräftiger geworden ist und ihm die Hitze nicht mehr so sehr zu schaffen macht. Er hält weiter nach dem Daumen Gottes Ausschau. Vielleicht war es ja tatsächlich hier, wo sein Urgroßvater von Kissing Kate Baloo ausgeraubt worden war. Zero löste ihn vor der Mittagspause mit Graben ab. Hey, Höhlenmensch, sagte Zickzack, warum besorgst du dir nicht ne Peitsche? Dann kannst du Stanley. Wir haben ein Abkommen, das ist alles. Schönes Abkommen, zumindest für dich. Es war Zero's Idee, nicht meine. Stanley grinste, als wäre alles nur Spaß. Als Mr. Pendensky mit Wasser und Essen kam, bot Zickzack Stanley seinen Platz in der Schlange an. Weil du doch so viel besser bist als ich. Stanley rührte sich nicht von der Stelle. Das habe ich nie behauptet. Du beleidigst ihn zickzack, sagte X-Ray. Wieso sollte Stanley deinen Platz annehmen, wo er doch eigentlich verdient hat, ganz vorn zu stehen? Er ist besser als wir alle. Stimmt doch, Höhlenmensch, oder? Nein, sagte Stanley. Und ob, sagte X-Ray. Komm jetzt nach vorn, wo du hingehörst. Stanley zögerte, dann stellte er sich an die Spitze der Reihe. So, es geht los, meinte Mr. Pendensky, der gerade um den Wagen herum kam. Er füllte Stanleys Wasserflasche und reichte ihm einen Beutel mit Essen. Stanley war froh, dass er weg konnte. Er war froh, dass er den Rest des Tages wieder selbst an seinem Loch graben konnte. Vielleicht würden ihn die anderen jetzt in Ruhe lassen. Er biss in sein Sandwich, das mit irgendeiner Fleisch-Käse-Mischung aus der Dose belegt war. Er blickte auf und sah, wie Zick-Zack und Torpedo auf ihn zukamen. Du kannst meinen Keks haben, wenn du mich dein Loch graben lässt, sagte Zick-Zack. Torpedo lachte. Hier, nimm, sagte Zick-Zack und hielt ihm den Keks hin. Lass mich in Ruhe, sagte Stanley. Bitte, bitte, iss meinen Keks, sagte Zick-Zack und hielt ihn ihm direkt vor die Nase. Stanley stieß die Hand mit dem Keks beiseite. Zick-Zack versetzte ihm einen Stoß. Lass die Finger von mir. Ich hab doch gar nichts. Stanley stand auf. Er schaute sich um. Hör jetzt endlich auf, mich dauernd zu schubsen. Lass gut sein, sagte Deo, der mit Magnet und X-Ray dazukam. Wieso sollte er, blaffte X-Ray ihn an. Der Höhlenmensch ist doch größer als Zick-Zack. Der braucht deine Hilfe nicht. Ich will keinen Ärger, sagte Stanley. Beim nächsten Mal stieß Zick-Zack ihn mit Wucht. Iss jetzt meinen Keks. Stanley war froh, als er sah, dass Mr. Pendensky auf ihn zukam, zusammen mit Zero. Hi Mom, sagte Deo, wir machen nur ein bisschen Quatsch. Ich habe alles gesehen, sagte Mr. Pendensky. Er wandte sich an Stanley. Auf Stanley, sagte er, schlag zurück, du bist größer. Stanley starrte Mr. Pendensky erstaunt an. Verpass ihm einen Denkzettel, diesen miesen Kerl. Stanley machte einen schwachen Versuch, Zick-Zack zu schlagen. Im nächsten Augenblick hagelte es Faustschläge auf seinen Kopf und seinen Nacken. Zick-Zack hielt ihn mit einer Hand am Kragen, während er mit der anderen zuschlug. Der Kragen riss und Stanley fiel rücklinks zu Boden. Aufhören, rief Mr. Pendensky. Zick-Zack hielt Stanleys Kopf fest am Boden, sodass die eine Wange in den Dreck gepresst wurde. Stanley versuchte, die Arme schützend vor sich zu halten, aber Zick-Zack hieb sie ihm mit den Fäusten weg und schlug ihn mitten ins Gesicht. Er konnte nichts anderes tun, als zu warten, bis es vorbei war. Dann auf einmal war Zick-Zack nicht mehr über ihm. Stanley schaffte es aufzublicken und sah, dass Zero einen Arm fest um Zick-Zacks brüllte Mr. Pendenski Zero drückte weiter zu. Deo warf sich dazwischen und befreite Zick-Zack aus dem Würgegriff. Die drei Jungen fielen zu Boden, jeder in eine andere Richtung. Mr. Pendenski feuerte aus seiner Pistole in die Luft. Die übrigen Betreuer kamen angerannt. Die Chefin kam von ihrer Hütte herüber. Es hat eine Prügelei gegeben, erklärte er Mr. Pendenski. Zero hat Ricky fast erwürgt. Die Chefin sah Zick-Zack an, der immer noch seinen Hals dehnte und massierte. Dann wandte sie sich Stanley zu, dem es offensichtlich am schlechtesten ging. Was ist mit dir? Nichts. Nur eine Prügelei. Zick hat den Höhlenmensch verdroschen, sagte Deo. Dann hat Zero angefangen Zick-Zack zu erwürgen und ich musste Zero von Zick-Zack wegzerren. Es war alles schon wieder vorbei, bevor Mom seine Pistole abgefeuert hat. Die Jungs waren bloß ein bisschen hitzig. Mehr nicht, sagte X-Ray. Sie wüssten doch, wie das ist, den ganzen Tag in der Sonne. Da wird einem heiß, stimmt's? Ich verstehe, sagte die Chefin. Sie wandte sich an Zick-Zack. Was war denn los? Den ganzen Tag schuftet man in der Chefin? Der Höhlenmensch gräbt seine Löcher genauso wie alle anderen. Zick-Zack zuckte mit den Schultern. Manchmal. Pardon? Zero hilft dem Höhlenmensch jeden Tag bei seinem Loch, sagte Torpedo. Die Chefin schaute erst Torpedo an, dann Stanley und schließlich Zero. Ich bringe ihm Lesen und Schreiben bei, sagte Stanley. Pardon? fragte die Chefin. Ist es nicht wichtiger, dass er lesen lernt? fragte Stanley. Bringt das nicht mehr für den Charakter als Löcher graben? Vielleicht für seinen Charakter. Aber was ist mit deinem? Stanley zuckte mit den Achseln. Die Chefin wandte sich an Zero. Nun Zero, was hast du denn bis jetzt gelernt? Zero schwieg. Mr. Pendenski lachte. Er hob eine Schaufel auf und sagte, genauso gut könnte man versuchen, dieser Schaufel lesen und schreiben beizubringen. Die hat noch mehr Grips als Zero. Wörter, auf Ad enden, sagte Zero. Wörter, die auf Ad enden, wiederholte die Chefin nun gut. Dann sag mir mal, welches Wort ich jetzt buchstabiere. C A T Zero blickte unsicher umher. Stanley wusste, dass Zero die Frage beantworten konnte. Er mochte nur grundsätzlich keine Fragen beantworten. Cat, sagte Zero. Mr. Pendensky klatschte in die Hände. Bravo, bravo, der Junge ist ein Genie. Okay, ich möchte nicht, in Zukunft noch irgendwer für einen anderen gräbt, sagte die Chefin. Und Leseunterricht gibt es auch nicht mehr. Ich grabe kein Loch mehr, sagte Zero. Gut, antwortete die Chefin. Sie wandte sich an Stanley. Du weißt doch, warum du Löcher gräbst, oder? Du lernst etwas dabei. Wenn Zero für dich gräbt, dann kannst du nichts lernen, stimmt's? Vermutlich nicht, murmelte Stanley. Warum kann ich nicht selber mein Loch graben, aber trotzdem Zero das Lesen beibringen? fragte er. Was wäre daran verkehrt? Das will ich dir sagen, antwortete die Chefin. Es wird nur zu Ärger. Zero hat zickzack fast umgebracht. Ich grabe kein Loch mehr, sagte Zero. Mr. Pendensky reichte ihm die Schaufel. Hier, nimm Zero. Das ist das einzige, wofür du je taugen wirst. Zero nahm die Schaufel. Er schwang sie wie einen Baseballschläger. Das Metallblatt landete in Mr. Pendenskys Gesicht. Die Knie sackten ihm weg. Bevor er noch am Boden lag, war er schon ohnmächtig. Alle Betreuer zogen ihre Pistolen. Ich hasse es, Löcher zu graben, sagte er. Dann ging er langsam rückwärts. Er schießt ihn nicht, sagte die Chefin. Weit kommt er sowieso nicht. Und eine Ermittlung ist das letzte, was wir brauchen können. Zero ging immer weiter rückwärts, vorbei an den vielen Löchern, die Jungen gegraben hatten, und dann auf den See hinaus. Wenn er kein Wasser mehr hat, kommt er sowieso zurück, sagte die Chefin. Stanley sah Zeros Wasserflasche neben dem Loch auf dem Boden liegen. Mehrere Betreuer hoben Mr. Pendensky auf und brachten ihn in den Wagen. Stanley suchte mit den Augen nach Zero, aber der war bereits im Dunst verschwunden. Die Chefin befahl den Betreuern Zero durfte kein Wasser trinken. Wenn er zurückkam, sollte er sofort zu ihr gebracht werden. Bevor sie ging, sagte sie den verbliebenen Jungen noch, dass sie trotz allem von Gruppe D sieben Löcher erwarte. Stanley muss alleine Zeros Loch weiter graben. Er ärgert sich, dass er dem Freund nicht einfach gefolgt ist. Dann überlegt er, ob er der Chefin einen Deal vorschlagen kann. Zero straffrei aus. Stanley ist unsicher, ob der Deal so gut wäre. X-Ray wäre dann sicher noch wütender auf ihn. Zero bleibt über Nacht verschwunden. Die Aufpasser bewachen verschärft das Camp und die Chefin befragt Stanley, ob er weiß, wo Zero ist. Stanley verneint. Er hofft, dass sich Zero irgendwo hin retten kann. Vielleicht auf den Gipfel des Berges, auf dem auch weil der Junge ein Staatsmündel ist, das keine Eltern mehr hat und ihn angeblich niemand vermissen wird. Mr. Pendensky verspricht sich darum zu kümmern, dass Nachforschungen nach Hector Zeroni ins Nichts führen werden. Zwei Tage später kam ein neuer Junge in die Gruppe D. Sein richtiger Name war Brian, aber X-Ray nannte ihn Zapp, weil er ständig herumzappelte. Zapp bekam aufstehen? Daran gewöhnst du dich, erklärte ihm Stanley. Es ist die kühlste Zeit am Tag. Er versuchte nicht an Zero zu denken. Es war sowieso zu spät. Entweder er hatte es geschafft auf den großen Daumen oder ... Was ihm aber am meisten zu schaffen machte, war nicht die Vorstellung, dass es zu spät war. Was ihn wirklich ganz verrückt machte, war die Angst, gekroch. Der Wasserwagen kam kurz nach Sonnenaufgang. Stanley stellte sich hinter Magnet in die Reihe vor Zapp. Und was, wenn es noch nicht zu spät war? Er sah zu, wie Mr. Sir X-Rays Flasche füllte. Aber was konnte er schon tun? Selbst wenn Zero nach über vier Tagen tatsächlich noch am Leben wäre, wie sollte Stanley ihn finden? Er bräuchte ein Auto oder einen Pick-up mit einem Wassertank hinten drauf. Stanley überlegte, ob Mr. Sir wohl den Schlüssel im Zündschloss gelassen hatte. Langsam ging er rückwärts aus der Schlange und im Bogen seitlich auf das Auto zu. Er schaute durchs Fenster. Da waren die Schlüssel. Sie baumelten am Schloss. Stanley fühlte, wie es ihn plötzlich in den Fingern juckte. Er war noch nie zuvor gefahren. Wie schwierig ist verrückt, sagte er sich. Aber egal, was er jetzt machte, er musste es schnell machen, bevor Mr. Sir etwas merkte. Er riss die Wagentür auf und kletterte schnell hinein. Hey! brüllte Mr. Sir. Stanley drehte den Schlüssel herum und trat aufs Gaspedal. Der Motor sprang an. Der Wagen rührte sich nicht von der Stelle. Er trat das Pedal bis zum Anschlag durch. Der Motor heulte auf, doch der Wagen bewegte sich nicht. Mr. Sir kam angerannt. Die Tür stand noch offen. Leg den Gang ein! brüllte Zapp. Stanley zog den Hebel zurück, bis der Pfeil auf den Buchstaben D zeigte. D für Drive! Der Wagen machte einen Satz vorwärts. Stanley wurde gegen die Rückenlehne gedrückt und hielt das Lenkrad fest umklammert, während der Wagen immer schneller wurde. Mit dem Fuß trat er noch immer das Pedal runter. Immer schneller raste der Wagen über das Bett des ausgetrockneten Sees. Holpernd fuhr er über einen Erdhaufen. Plötzlich flog Stanley erst nach vorn und dann zurück, als ein Airbag vor seinem Gesicht explodierte. Er fiel aus der offenen Tür und blieb am Boden liegen. Er war voll in ein Loch gefahren. Er lag am Boden und schaute auf den Wagen, der mit Schlagseite in der Erde steckte. Er soffzte. Was er jetzt gemacht hatte, das war vermutlich das Allerdümmste, was er in seinem kurzen, elenden Leben fertig gebracht hatte. Er schaffte es aufzustehen. Alle Knochen taten ihm weh, aber es kam ihm nicht so vor, als ob irgendwas gebrochen wäre. Er drehte sich nach Mr. Sir um, der noch immer an derselben Stelle stand und zu Stanley herüber starrte. Stanley rannte, seine Wasserflasche hing ihm um den Hals, beim Laufen schlug sie immer gegen seine Brust und jeder Schlag erinnerte ihn daran, dass sie leer war. Leer, leer, leer. Niemand verfolgt Stanley, aber er ist sich sicher, dass er über kurz oder lang ins Camp wird zurückkehren müssen. Schließlich hat er kein Wasser dabei. Er beschließt, mit der Rückkehr zu warten, bis sich alle ein wenig beruhigt hätten. Stattdessen will er nach Zero Ausschau halten. Auch als Stanley das Camp schon nicht mehr sieht, findet er noch immer Löcher im Boden und in einem sitzt auch noch eine ganze Familie der furchteinflößenden gelben Eidechsen. Schließlich findet er einen leeren Sack, in dem noch ein einziger winziger Sonnenblumenkern steckt. Mittagessen. Die Sonne stand fast senkrecht über ihm. Er schätzte, dass er nicht mehr als eine Stunde höchstens zwei gehen konnte, bevor er zurück musste. Er schien ein hoffnungsloses Unterfangen. Er war erhitzt, müde, hungrig und vor allem durstig. Vielleicht sollte er jetzt einfach umkehren. Nach einer Weile kam es ihm so vor, als zeigten sich hinter dem Dunst die Umrisse der Berge. Zunächst war er sich nicht sicher, ob das nicht nur eine Art Vater Morgana war, aber je weiter er ging, desto deutlicher kamen sie hervor. Fast in gerader Linie vor ihm konnte er etwas erkennen, was aussah wie eine Faust mit hochgerecktem Daumen. Er wusste nicht, wie weit entfernt das war. Fünf Meilen, fünfzig Meilen, aber jedes Mal, wenn er hinüberschaute, schien der Berg ihm ein Zeichen zu geben, ihm Mut zu machen mit dem hochgereckten Daumen. Als er weiter ging, fiel ihm ein großer Gegenstand auf dem See auf. Er konnte nicht sagen, was es war, nicht einmal, ob es etwas Natürliches oder etwas von Menschen gemachtes war. Es erinnerte ein bisschen an eine Sanddüne oder einen Steinhaufen. Dieser Gegenstand befand sich nicht auf dem Weg zum großen Daumen, sondern ein Stück rechts davon. Es war sinnlos, immer weiter auf den großen Daumen zuzulaufen, beschloss er. Er würde es ohnehin nie schaffen. Aber bis zu dem geheimnisvollen Gegenstand könnte er noch kommen. Er änderte seine Richtung. Er beschloss, dass dieses Ding die Hälfte seiner Wegstrecke markieren sollte. Er hoffte nur, dass er nicht schon weinte, was es war, lachte er vor sich hin. Es war ein Boot, oder zumindest ein Teil von einem Boot. Es kam ihm komisch vor, mitten in diesem trockenen, kargen Ödland ein Boot zu sehen. Aber schließlich war das hier ja mal ein See gewesen. Das Boot lag kopfüber im Sand und war halb eingegraben. Sein Name war am Heck aufgemalt, die roten Buchstaben waren Auf der einen Seite des Bootes war ein Sandhaufen, an dessen Fuß ein Tunnel begann, der unter das Boot führte. Der Tunnel sah groß genug aus, dass ein größeres Tier hindurch kriechen konnte. Er hörte ein Geräusch. Etwas bewegte sich unter dem Boot. Jetzt kam es heraus. Häh! rief Stanley und hoffte ihm, damit einen Schrecken einzujagen, damit es sich wieder zurückzog. orange-roter Ärmel in der Tunnelöffnung. Zeros Gesicht erinnerte an einen ausgehüllten Kürbis, den man nach Halloween zu lange draußen stehen gelassen hatte, halb verschrumpelt, mit eingesunkenen Augen und einem verrutschten Grinsen. Ist das Wasser? fragte er. Seine Stimme war krächzig. Die Flasche ist leer, sagte Stanley und starrte Zero an. So richtig konnte er es noch nicht glauben, dass das wirklich Zero war. Ich wollte dir den ganzen Wasserwagen herbringen, sagte er mit einem dümmlichen Grinsen, aber ich habe das Ding in ein Loch gesteuert. Ich kann es gar nicht glauben, dass du ... Ich auch nicht, sagte Zero. Komm, wir müssen zurück zum Camp. Zero schüttelte den Kopf. Ich gehe nicht zurück. Du musst. Wir beide müssen. Willst du ein bisschen von meinem Splish? fragte Zero. Wovon? Zero legte den Unterarm über seine Augen. Unter dem Boot ist es kühler, sagte er. Stanley sah zu, wie Zero in den Tunnel zurückkroch. Es war ein Wunder, dass er noch lebte, aber Stanley wusste, dass er ihn schnellstens zum Camp zurückbringen musste. Er kroch ihm hinterher. Als er es durch den Tunnel hindurch geschafft hatte, stieß er mit dem Bein gegen etwas Scharfes, Hartes. Es war eine Schaufel. Eine Sekunde lang überlegte er, wie sie hierher gekommen sein mochte, aber dann fiel ihm ein, dass Zero seine Schaufel mitgenommen hatte, nachdem er Mr. Pendensky damit geschlagen hatte. Unter dem Boot, das zur Hälfte in der Erde steckte, war es kühler. Im Boden des Bootes, der jetzt das Dach bildete, gab es genug Risse und Löcher, sodass sie Licht und Luft hatten. Stanley sah, dass lauter leere Einmachgläser herumlagen. Zero hielt ein Glas in der Hand und versuchte ächzend den Deckel aufzudrehen. Was ist denn das? Splish, antwortete Zero mit matter Stimme und fingerte weiter an dem Deckel. So habe ich das Zeug genannt. Es lag unterm Boot. Sechzehn Gläser habe ich davon gefunden. Gib mir mal die Schaufel. Stanley griff hinter sich, packte den Holzstiel und hielt Zero das Schaufelblatt hin. Manchmal muss man einfach, sagte Zero, bevor er das Glas gegen das Schaufelblatt knallte, sodass der obere Teil des Glases sauber abbrach. Dann hielt er das zerbrochene Glas an seinen Mund, um von den Rändern noch schnell den Saft abzulecken, bevor er hinunter ran. Vorsicht, warnte ihn Stanley. Zero reichte Stanley das kaputte Glas. Trink was. Stanley hielt das Glas in der Hand und starrte einen Moment lang darauf. Er hatte Angst vor dem kaputten Glas. Er hatte auch Angst vor diesem Splish. Es sah aus wie Schlamm. Was immer es war, es musste im Boot gewesen sein, als das Boot unterging. Und das bedeutete, dass es vermutlich über hundert Jahre alt war. Was für Bakterien mochten wohl darin leben? Es schmeckt gut, ermunterte ihn Zero. Stanley hielt sich das Glas an den Mund und nahm vorsichtig einen Schluck. Es war ein warmer, prickelnder, etwas zäher Saft, herb und süßlich zugleich. Es war ein himmlisches Gefühl, als das Zeug durch seinen trockenen Mund und in seinen wunden Hals lief. Möglicherweise war es mal irgendeine Frucht gewesen, twirsich vielleicht. Zero lächelte. Siehst du, das Zeug ist gut. Stanley wollte nicht zu viel trinken, aber der Saft schmeckte zu gut, als dass er ihm hätte widerstehen können. Sie reichten das Glas so lange hin und her, bis es leer war. Wie viele gibt es noch? fragte Stanley. Das war das letzte, sagte Zero. Stanley blieb vor Schreck der Mund offen stehen. Dann muss ich dich zurück bringen, sagte er. Ich grabe keine Löcher mehr, sagte Zero und stöhnte plötzlich auf. Er griff sich an den Magen und beugte sich vor. Alles in Ordnung mit dir? Zero fiel vorn über. Er lag auf der Seite, die Knie hoch gezogen. Er stöhnte immer noch. Stanley sah hilflos zu. Er überlegte, ob das Splish wohl daran schuld war. Zero hörte auf zu stöhnen und richtete sich langsam wieder auf. Ich bring dich zurück, sagte Stanley. Zero schaffte es, sich aufzurichten. Er atmete ein paar Mal tief durch. Ich gehe nicht zurück, sagte er dann. Du wirst hier draußen sterben. Dann sterbe ich eben hier draußen. Stanley wusste nicht, was er machen sollte. Er ließ seinen Blick in die Ferne schweifen. Da drüben auf dem Berg möchte ich dir was zeigen. Siehst du den? Von dem, hochragt? Ja, ich glaub schon. Was würdest du sagen, wie das aussieht? Erinnert dich das an irgendwas? Zero schwieg. Doch während er den Berg betrachtete, schloss sich seine rechte Hand langsam zur Faust. Er reckte den Daumen hoch. Mit vier nicht zerbrochenen Gläsern im Gepäck ziehen die Jungen los. Schon bald hat Zero einen weiteren Anfall und Stanley muss hilflos warten, bis er vorüber ist. Der große Daumen scheint nicht näher zu rücken. Zero benutzt die Schaufel, um sich abzustützen, bis er wieder zusammenbricht. Stanley hat Angst, dass er mit der Schaufel Zeros Grab ausheben muss. Dann aber lässt sich Zero mit Worten zum Buchstabieren ablenken. Das hilft tatsächlich und sie kommen langsam vorwärts. Während Stanley hofft, dass er nur wenige Bakterien durch die Pfirsiche abbekommen hat, träumt Zero davon, was sie auf dem Gipfel des großen Daumens erwarten könnte. Eine Eisdiele vielleicht. Sie kamen ans Ende des Sees. Gewaltige weiße Klippen erhoben sich vor ihnen. Es war, als wären sie die ganze Zeit auf dem flachen Boden einer riesigen Bratpfanne gelaufen und müssten jetzt herausklettern. Zero stöhnte und griff sich an den Bauch. Es geht schon, flüsterte er. Stanley sah einen Einschnitt in einer der Klippen, vielleicht einen Fuß breit und sechs Zoll tief. Auf beiden Seiten des Einschnitts gab es mehrere Vorsprünge. Komm, wir probieren es da vorn, sagte er. Es sah so aus, als würden sie fünfzig Fuß senkrecht hochklettern müssen. Stanley schaffte es, den Sack mit den Gläsern in der linken Hand zu halten, während er in Zick-Zack-Linien langsam von einem Felsvorsprung zum nächsten Stieg. Manchmal musste er sich am Fels festhalten, um es bis zum nächsten Vorsprung zu schaffen. Irgendwie schaffte es Zero aber immer, ihm zu folgen. Sein geschwächter Körper zitterte furchtbar, während er sich an der Felswand hochmühte. Als sie etwa zwei Drittel des Anstiegs hinter sich gebracht hatten, blieb Stanley auf einem breiteren Vorsprung stehen. Er war sich nicht sicher, wie er auf den nächsten Vorsprung kommen nicht zu sehen, wo sie einen festen Stand finden könnten. Stanley fürchtete sich davor, nach unten zu schauen. Hilf mir hoch, sagte Zero. Dann hole ich dich mit der Schaufel nach. Da schaffst du nie, mich da hoch zu ziehen, sagte Stanley. Doch, das schaffe ich, sagte Zero. Stanley legte beide Hände ineinander und Zero trat auf die ineinander verschränkten Finger. Stanley schaffte es, Zero so hoch zu heben, dass er die vorstehende Felskante packen konnte. Er half weiter von unten nach und Zero zog sich hoch auf den Vorsprung. Dann griff er erst nach dem Sack, dann nach der Schaufel. Er klemmte die Schaufel so ein, dass das halbe Blatt gegen den Felsen drückte. Der hölzerne Stiel hing nach unten. und zog sich langsam handbreit um handbreit daran hoch. Mit den Füßen versuchte er dabei am Fels Halt zu finden. Er spürte, wie Zero's Hand sein Handgelenk umklammerte. Er ließ mit der anderen den Schaufelstiel los und griff nach dem Fels Vorsprung. Er nahm alle Kraft zusammen und einen kurzen Moment lang schien er das Gesetz der Schwerkraft infrage er auf dem Vorsprung landete. Stanley schnappte nach Luft. Sie legten eine kurze Rast ein, bevor sie weiter aufstiegen. Der Rest des Anstiegs war nicht mehr sehr schwierig. Als sie auf ebener Erde standen, sah Stanley zur Sonne hinauf. Sie war ein glühender Feuerball auf der Spitze des großen Daumens. Kurze Zeit später liefen sie im langen, schmalen Schatten des Tagesankommen ist Stanley erleichtert und verunsichert zugleich. Was, wenn es hier doch kein Wasser gibt? Aber immerhin wächst hier Gestrüpp, an dem sie sich hochziehen können. In der Dämmerung tauchen dann auch noch Mücken auf und Stanley schließt, dass es hier einfach Wasser geben muss. Auch wenn sich Zero schon wieder übergeben muss, kommen sie weiter bergauf. Doch kurz vor dem Ziel kippt Zero erneut um und steht nicht mehr auf. Stanley packte Zeros Unterarme und zog ihn hoch. Dann bückte er sich tief und ließ Zero über seine rechte Schulter fallen. Er richtete sich wieder auf und hob Zeros ausgemergelten Körper hoch. Die Schaufel und den Sack mit den Gläsern ließ er zurück, als er sich daran machte weiter den Berg hinauf zu steigen. Immer höher stieg er. Die Kraft dazu kam von irgendwo tief innen, doch gleichzeitig schien sie auch von außen zu kommen. Nachdem er so lange den großen Daumen fixiert hatte, war es, als hätte der Fels all seine Energie aufgesaugt und wirkte jetzt wie ein riesiger Magnet, der ihn zu sich hinzog. Nun fiel ihm auf, dass das gewaltiger Felsblock. Mit jedem Schritt, den Stanley tat, schien der Fels größer zu werden. Er sah jetzt nicht mehr wie ein Daumen aus. Stanley war klar, dass er es nie schaffen würde, ihn zu erklimmen. Trotzdem ging er immer weiter auf den Felsen zu. Wenn er auch sonst nichts schaffte, so wollte er es doch wenigstens bis zum Daumen schaffen. Er schaffte es nicht. Die Füße rutschten ihm weg. Während er in eine kleine Lehmrinne fiel, spürte er, wie Zeros Kopf gegen eines seiner Schulterblätter schlug. Er lag mit dem Gesicht nach unten in der schlammigen Rinne und wusste nicht, ob er je wieder hochkommen würde. War er den ganzen weiten Weg gekommen, nur um jetzt? Für Leben braucht man Wasser. Er kroch durch die Rinne, immer da entlang, wo es ihm am feuchtesten schien. Der Boden wurde was zu sehen, doch es kam ihm so vor, als fühlte er am Grunde eines Loches so etwas wie einen winzigen Tümpel. Er steckte den Kopf hinein und leckte die Erde ab. Er grub so lange, bis sein Loch etwa armtief war. Es gab genug Wasser, um es mit den Händen herausschöpfen zu können und Zero übers Gesicht laufen zu lassen. Zero hielt die Augen geschlossen, aber seine Zunge kam zwischen den Lippen hervor und suchte nach den Wassertröpfchen. Als Stanley dabei war, sein Loch zu erweitern, fühlte er mit der Hand einen glatten, runden Gegenstand. Für einen Stein war er zu glatt und zu rund. Er wischte den Dreck ab und merkte, dass es eine Zwiebel war. Er biss hinein, ohne sie erst zu schälen. Der scharfe bittere Saft spritzte ihm in den Mund. Die Augen trähnten ihm. Er aß nur die Hälfte. Die andere Hälfte gab er Zero. Hier, iss. Was ist das? flüsterte Zero. Eis mit heißer Karamellsoße. Stanley wachte auf einer Wiese auf und schaute hoch zu dem gewaltigen Felsen. Der Fels musste über hundert Fuß hoch sein. Zero stöhnte. Wie geht's dir? fragte Stanley. Nicht gut, sagte Zero leise. Unter großer Anstrengung rollte er sich auf den Bauch, kam auf alle Viere und kroch zum Wasserloch. Er steckte den Kopf hinein und schlägte etwas Wasser auf. Dann fuhr er plötzlich zurück, riss die Knie an die Brust und rollte auf die Seite. Sein ganzer Körper zitterte heftig. Stanley überlegte, ob er wieder hinuntersteigen sollte, um nach der Schaufel zu suchen und damit das Loch zu vergrößern. Vielleicht hätten sie dann sauberes Wasser. Die Einmachgläser könnten sie als Trinkgefäße nehmen. Aber er glaubte nicht, dass seine Kraft dazu reichte, geschweige denn, es wieder hier hinauf zu schaffen. Außerdem wusste er auch nicht, wo er suchen sollte. Mühsam kam er auf die Beine. Er stand in einem Feld aus lauter grün-weißen Blumen, das den großen Daumen ganz zu umschließen schien. Er pflückte eine der Blumen, er probierte ein Stückchen davon, spuckte es aber gleich wieder aus. Einen Teil der Spur, die er in der Nacht hinterlassen hatte, als er Zero den Berg hinaufgetragen hatte, konnte er erkennen. Wenn er wirklich wieder hinunter wollte, um nach der Schaufel zu suchen, dann müsste er sich bald auf den Weg machen, solange die Spur noch frisch war. Zero lag immer noch zusammengekrümmt auf der Seite. Ich muss dir was erzählen, sagte er stöhnt. Sprich jetzt nicht, sagte Stanley. Spar dir deine Kräfte auf für später. Nein, du musst mir zuhören, beharrte Zero. Dann schloss er die Augen und sein Gesicht verzerrte sich vor Schmerz. Ich höre dir zu, flüsterte Stanley. Ich hab deine Schuhe genommen, sagte Zero. Es ist alles meine Schuld. Schon gut, sagte Stanley. Ruhe dich aus. Zero schloss die Augen, aber dann fing er wieder an. Das mit den Schuhen, das wusste ich nicht. Was für Schuhen? Denen vom Heim. Stanley brauchte noch einen Moment, bis er begriff. Die von Clyde Livingston? Es tut mir leid, sagte Zero. Stanley starrte ihn an. Das war nicht möglich. Zero hatte Fieber, er fantasierte. Sein Geständnis schien Zero etwas Erleichterung zu verschaffen. Seine Gesichtsmuskeln entspannten sich. Während er langsam hinüber dämmerte, sang Stanley ihm das Lied, das seit Generationen in seiner Familie gesungen wurde. Wenn, ja wenn, seufzte der Specht, die Rinde am Baum nur ein bisschen weicher wär, und unten laut der Wolf, ungrich und einsam heult er zum Mond, zum Mond, wenn, ja wenn. Stanley Stanley entdeckt, dass zu jeder dieser hübschen weißen Blumen eine Zwiebel gehört und fängt an, sie auszubuddeln. Genau mit diesen Zwiebeln hat Sam schon zu Zeiten von Stanleys Urgroßvater den Menschen geholfen. Die Leute aus dem Ort wissen genau, dass der Zwiebelsaft von Sam besser hilft als jede Medizin von Dr. Hawthorne. Auch die kleine Rebecca, die verdorbenes Fleisch gegessen hatte, konnte dank Sams Zwiebelrezept gerettet werden und ihre Mutter ist Sam zutiefst dankbar. Stanley und Zero verschliefen den größten Teil der nächsten zwei Tage. Zwischendurch aßen sie Zwiebeln, so viele sie wollten, und gossen sich Lehmwasser in den Mund. Am späten Nachmittag gab der große Daumen ihnen Schatten. Zero schlief, er war noch immer sehr krank und schwach, aber der Schlaf und die Zwiebeln schienen ihm doch gut zu als Zero die Augen wieder aufmachte, sagte Stanley, ich denke, ich gehe mal nach der Schaufel gucken. Er stieg den Berg hinab. Der Schlaf und die Zwiebeln hatten auch ihm gut getan. Er fühlte sich wieder kräftig. Es war recht einfach, der Spur zu folgen, die er vor zwei Tagen hinterlassen hatte. Er kam an eine kleine Lichtung zwischen zwei großen Flecken voller Gestrüpp und setzte sich hin, um auszuruhen. Jetzt war er eindeutig zu weit gegangen, entschied er. Er war ja schon müde vom langen Weg den Berg hinunter. Es wäre unmöglich gewesen, Zero von hier aus den Berg hinauf zu tragen, zumal, nachdem er den ganzen Tag lang ohne Essen und ohne Wasser gegangen war. Da, zwischen ein paar höheren Sträuchern, fand er die Schaufel und den Sack mit den Gläsern. Er staunte, er fragte sich, ob es möglich war, dass die Schaufel und der Sack den Abhang hinuntergerollt waren. Auf seinem Weg den Berg hinauf musste Stanley sich immer wieder hinsetzen und ausruhen. Es war ein langer, schwerer Anstieg. Zero ging es immer besser. Das Wasserloch war jetzt fast so tief wie die Löcher, die sie im Camp gegraben hatten. Fast zwei Fuß hoch stand das trübe Wasser darin. Stanley war überrascht, dass er selbst nicht krank geworden war, weder vom Splish noch vom dreckigen Wasser noch davon, dass er ausschließlich von Zwiebeln lebte. Zu Hause war er ziemlich oft krank gewesen. Ich bin nicht oft in das Heim für Straßenkinder gegangen, sagte Zero, nur wenn das Wetter ganz schlecht war. Ich musste immer erst eine Frau finden, die so tat, als wäre sie meine Mutter. Wenn ich worden, was heißt denn das? Zero grinste. Weiß ich auch nicht, aber ich fand, es hörte sich nicht gut an. Ich schlaf gern draußen, fuhr er fort. Ich habe mir immer eingebildet, ich wäre ein Pfadfinder. Ich wollte immer so gern ein Pfadfinder sein. Meine Mutter war mal bei dem Pfadfinder rin. Ich dachte, du hättest gesagt, du hast keine Mutter. Jeder hat eine Mutter. Klar, das weiß ich auch. Sie hat mir erzählt, dass sie mal einen Preis gewonnen hat, weil sie irgendwann als Pfadfinderin die meisten Kekse verkauft hat, sagte Zero. Sie war unheimlich stolz darauf. Stanley schälte eine Zwiebel ab. Wir haben uns immer alles genommen, was wir brauchten, fuhr Zero fort. Als ich noch klein war, wusste ich dann die Schuhe ausgestellt sah im Heim, da habe ich eben einfach in die Vitrine gegriffen und sie mir genommen. Die von Clyde Livingston? fragte Stanley. Ich wusste ja nicht, dass es seine waren. Ich dachte einfach, es wären alte Schuhe von irgendjemand. Es war ja auch besser, gebrauchte Schuhe wegzunehmen, als ein paar neue zu klauen. Es stand ein Schild dran, aber das konnte ich natürlich nicht lesen. Und kurz darauf gab es einen riesen Aufstand, weil die Schuhe weg waren. Ich bin einfach rausgegangen, keiner hat auf mich geachtet. Als ich draußen war, bin ich um die nächste Ecke gegangen und habe die Schuhe gleich wieder ausgezogen. Ich habe sie auf dem Dach von einem geparkten Auto abgestellt. Ich weiß noch, dass sie furchtbar gestunken haben. Ja, das waren sie, sagte Stanley. Haben sie dir denn gepasst? So einigermaßen. Ich hätte sie einfach behalten sollen, meinte Zero. Ich hatte es ja schon geschafft, aus dem Heim zu verschwinden und alles. Am nächsten Tag haben sie mich dann verhaftet, als ich mit einem neuen Paar Turnschuhe aus einem Schuhgeschäft kam. Wenn ich diese alten Dinge einfach behalten hätte, dann wäre keiner von uns jetzt hier. Zero war wieder kräftig genug, um zu graben. Als er aufhörte, war das Loch über sechs Fuß tief. Er legte Steine auf den Boden, um Sand und Wasser zu trennen. Das ist das letzte Loch, das ich im Leben gegraben habe, sagte er und warf die Schaufel hin. Stanley grinste. Er wünschte, dass es so wäre, aber er wusste, dass Zwiebeln leben. Sie hatten einen freien Blick in alle Richtungen. Es gab nichts, wo sie hätten hingehen können. Der Berg stand inmitten einer Wüste. Zero starrte den großen Daumen an. Da drin muss irgendwo ein Loch sein, sagte er. Ein Loch mit Wasser. Glaubst du? Wo soll das Wasser sonst herkommen? fragte Zero. Wasser läuft doch nicht bergauf. Stanley biss in eine Zwiebel. Er spürte kein Brennen in den Augen oder in der Nase. Eigentlich fand er nicht einmal mehr den Geschmack besonders intensiv. Trotz allem stellt Stanley zwei Nächte später unterm Sternenhimmel fest, wie glücklich er ist. Irgendwie ist er trotz all der schrecklichen Geschehnisse zu einem Menschen gereift, den er selber mag. Und das erfüllt ihn eben mit Stolz und Glück. Er ist sogar Autodach gestellt hat, sonst wären sie beide jetzt nicht hier. Dieses Ereignis musste also tatsächlich so etwas wie ein Wink des Schicksals gewesen sein. Stanley überlegt, ob sie statt nach Camp Green Lake nicht irgendwie auf die Landstraße gelangen könnten. Aber dann fällt ihm ein, wäre er ein Leben lang auf der Flucht. Aber wenn er schon auf der Flucht sein muss, überlegt Stanley weiter und er schrickt selber vor seinen verrückten Ideen, dann wäre das einfacher, wenn er eine Kiste Geld dabei hätte. Das hieße zwar noch einmal nach Camp Green Lake zurück zu kehren und noch ein letztes Loch zu graben. Aber vielleicht war es das ja wert. Wir haben nicht immer auf der Straße gelebt, sagte Zero. Ich kann mich noch an ein gelbes Zimmer erinnern. Wie alt warst du, als du fing Stanley an, hatte aber Mühe, die richtigen Worte zu finden, als du ausgezogen bist. Keine Ahnung, aber ich muss noch sehr klein gewesen sein, weil ich nur noch ganz wenig weiß. Ich erinnere mich nicht daran, wie wir ausgezogen sind, ich weiß nur noch, wie ich in meinem Bettchen stand und meine Mutter mir was vorgesungen hat. Sie hielt mich an den Hände klatschen, das Lied hat sie ganz oft gesungen, das gleiche, das du gesungen hast, das heißt, nein, es war anders. Zero sprach langsam, so als müsste er in seinem Kopf nach Erinnerungen suchen, nach Spuren. Danach weiß ich nur noch, dass wir auf einmal auf der Straße wohnten, aber nicht mehr, wie wir aus dem Haus raus sind. Es war später Nachmittag. Sie saßen im Schatten des Daumens und ruhten sich aus. Den Vormittag hatten sie damit verbracht, Zwiebeln zu ernten und in den Sack zu stopfen. Lange hatten sie nicht dafür gebraucht, aber immerhin lange genug, dass sie bis zum nächsten Tag warten mussten, um sich an den Abstieg zu machen. Sie wollten beim allerersten Tageslicht aufbrechen, damit sie genügend Zeit hätten, um es vor Einbruch der Dunkelheit nach Camp Green Lake zu schaffen. Stanley wollte ganz sicher gehen, dass er auch das richtige Loch wieder fand. Danach würden sie sich in der Nähe verstecken, bis alles schlafen gegangen war. Sie würden so lange graben, wie es ihnen sicher erschien, keine Sekunde länger. Dann würden sie weitergehen. Egal, ob sie einen Schatz gefunden hätten oder nicht. Am nächsten Morgen machten sie sich an den Abstieg. Ihre Mützen hatten sie in das Wasserloch getaucht, bevor sie sie aufsetzten. Zero trug die Schaufel und Stanley den Sack, der prall voll war mit Zwiebeln und den drei Gläsern mit Wasser. Die Scherben des vierten Glases ließen sie auf dem Berg zurück. Als sie unten ankamen, stieg die Sonne gerade über Bett des Sees. Stanley war sich nicht sicher, aber es schien ihm so, als könnte er die Reste der Mary Lou in der Ferne sehen. Hast du Durst? fragte Stanley. Nein, sagte Zero. Und du? Ich auch nicht, log Stanley. Er wollte nicht der Erste sein, der etwas trank. Sie stiegen hinunter in die Bratpfanne. Sie waren nicht an derselben Stelle, an der sie aufgestiegen waren. Sie kletterten von einem Fels Vorsprung zum nächsten und rutschten zwischendurch immer wieder ein Stück. Auf ihren Sack passten sie besonders gut auf. Stanley konnte die Mary Lou nicht mehr sehen, aber er ging weiter in die Richtung, in der sie seiner Meinung nach liegen musste. Die Sonne stieg höher und mit ihr zog auch der vertraute Dunst aus Staub und Hitze auf. Sie als es ihnen so vorkam, als wären sie schon sehr lange gelaufen, stießen sie doch nie auf die Mary Lou. Stanley war sich ziemlich sicher, dass die Richtung stimmte. Als sie vom Boot weggegangen waren, erinnerte er sich, waren sie auf die untergehende Sonne zugelaufen. Jetzt ging sie auf die aufgehende Sonne zu. Er wusste, dass die Sonne nicht ganz genau im Osten auf und schließlich tatsächlich etwas tranken, einigten sie sich, es gleichzeitig zu tun. Du weißt, dass ich keinen Durst habe, sagte Stanley, als er den Deckel von seinem Glas abschraubte. Ich trinke nur deswegen, damit du was trinkst. Und ich trinke nur deswegen, damit du was trinkst, sagte Zero. Kurz danach entdeckt Zero endlich die Mary Lou. Im Zero fertigt eine Skizze im Wüstensand an, wie sie seiner Meinung nach laufen müssen, aber Stanley bleibt skeptisch. Trotzdem fügt er sich Zero und siehe da, nach einiger Zeit hören sie die ersten Geräusche vom Camp. Die Jungen verstecken sich für den Rest des Tages in zwei Löchern und warten bis das ganze Camp schläft. Stanley versuchte zu schlafen. Schließlich wusste er nicht, wann er wieder Gelegenheit dazu haben würde. Er hörte die Geräusche von den Duschen und später von der Essensausgabe. Er hörte sein eigenes Herz schlagen. Er trank einen Schluck aus der Trinkflasche. Die Wassergläser hatte er Zero gegeben. Beide hatten sie eine ganze Menge Zwiebeln gegessen. Er konnte nicht mit Sicherheit sagen, wie lange er in dem Loch gesessen hatte. Vielleicht fünf Stunden. Er war erstaunt, als er Zero flüstern hörte, der ihn aufwecken wollte. Er hatte gar nicht gemerkt, dass er eingeschlafen war. Aber als er die Augen öffnete, war er überrascht, wie dunkel es auf einmal war. Ein einziges Licht brannte im ganzen Camp, und zwar im Büro. Vorsichtig führte er Zero zu dem Loch. Es war schwer zu finden im Dunkeln. Er stolperte über einen kleinen Erdhaufen. Ich glaube, das hier ist es, flüsterte er und stieg hinein. Zero reichte ihm die Schaufel. Stanley stieß die Schaufel am Boden des Lochs in die Erde und trat auf die Oberkante des Schaufelblatts. Er löste etwas Erde und warf sie seitlich neben das Loch. Dann senkte er die Schaufel wieder in das Loch. Zero schaute ihm eine Weile zu. Ich werde mal versuchen, die Wassergläser nachzufüllen, sagte er Pass bloß auf, sagte er. Dann grub er weiter. Je tiefer das Loch wurde, desto schwerer fiel es ihm, die Erde nach oben zu heben und draußen abzuladen. Schon bevor er angefangen hatte, war das Loch bereits fünf Fuß tief gewesen. Er beschloss, seine Kräfte lieber dafür zu nutzen, es breiter zu machen. Es war auch sinnvoller, sagte er sich. Falls Kate Barlow eine Schatzkiste vergraben hatte, dann wäre sie vermutlich nicht in der Lage gewesen, viel tiefer zu graben. Warum sollte er es dann tun? Jetzt übernahm Zero das Graben. Stanley siebte den frischen Erdhaufen mit den Fingern durch, für den Fall, dass er etwas übersehen hatte. Er wünschte, er hätte eine Taschenlampe. Sie tranken das Wasser, das Zero am Hahn bei den Duschen geholt hatte. Stanley wollte gehen und die mir zu viel Lärm beim Gehen. Du bist einfach zu groß. Stanley kletterte wieder in das Loch. Es wurde immer breiter und so brachen Teile der Oberfläche ein. Langsam ging ihnen der Platz aus. Wie sieht's aus? Erkundigte sich Zero, als er mit dem Wasser zurückkam. Stanley zuckte mit den Schultern. Er richtete die Schaufel gegen die Seitenwand und löste eine Erdschicht ab. Dabei fühlte er auf einmal, wie die Schaufel an etwas Hartem abprallte. Was war das? fragte Zero. Stanley wusste es selbst nicht. Er fuhr mit der Schaufel an der Seitenwand des Lochs auf und ab. Erdbrocken lösten sich zerfielen und der harte Gegenstand trat deutlicher hervor. Er ragte aus der Seitenwand des Lochs etwa anderthalb Fuß über dem Boden. Stanley konnte ihn mit den Händen fühlen. Was ist los? fragte Zero. Stanley konnte nur eine Ecke fühlen. Alles andere war noch vergraben. Es fühlte sich kühl und glatt an wie Metall. Kann sein, dass ich die Schatzkiste gefunden habe, sagte er. Seine Stimme klang eher verwundert als aufgeregt. Wirklich? fragte Zero. Ich glaub schon. Er kratzte so lange an der Wand, Hand darüber. Dieses Ding war schätzungsweise an die Acht Zoll hoch und etwa zwei Fuß breit. Wie weit es nach hinten in die Erde hinein reichte, konnte er nicht sagen. Er versuchte das Ding heraus zu ziehen, aber es rührte sich nicht. Ich will mal versuchen, unten drunter zu graben, sagte er. Vielleicht kann ich das Ding dann nach unten ziehen und rausholen. Probier es mal, sagte Zero. Stanley stieß die Schaufel in den unteren Rand seines Lochs und begann vorsichtig damit, unterhalb des metallenen Gegenstandes einen Tunnel zu graben. Doch selbst als der Tunnel so lang war wie sein Arm, konnte er nicht fühlen, wo sie aufhörte. Erst als der Tunnel tiefer und breiter wurde und die Gefahr, dass er einstürzte immer größer, konnte Stanley ein es könnte sowas wie ein Koffer aus Metall sein, sagte er zu Zero. Und wenn du ihn mit der Schaufel losmachst, schlug Zero vor. Stanley trank einen Schluck Wasser. Naja, warum nicht? Er zwängte die Spitze der Schaufel zwischen Erdschicht und Deckel und versuchte den Koffer freizuhebeln. Er bewegte das Ende der Schaufel hin und her, hoch und runter, eine kleine Erdschicht eingebrochen war. Er grub mit den Händen, bis er den ledernen Griff fühlen konnte. Dann zog er den Koffer aus der Erde heraus. Ich hab ihn, rief er. Er war schwer. Stanley reichte ihn Zero nach oben. Du hast es wirklich geschafft, sagte Zero, als er ihm den Koffer abnahm. Wir haben es geschafft, sagte Stanley. Er nahm alle Kraft zusammen, die ihm noch geblieben war und versuchte sich hoch zu ziehen. Plötzlich schien ihm ein grelles Licht ins Gesicht. Dankeschön, sagte die Chefin. Ihr habt mir sehr geholfen, Jungs. Der Strahl der Taschenlampe wanderte von Stanleys Augen zu Zero. Den Koffer hielt er auf den Knien. Mr. Pendanski hielt die Lampe. Mr. Sir stand mit gezogener Pistole neben ihm und zielte in dieselbe Richtung. Die Chefin bewegte sich auf Zero zu. Von fern sah Stanley durch die Dunkelheit die Lichter von zwei weiteren Taschenlampen hüpfend auf sie zukommen. Er fühlte sich hilflos in seinem Loch. Also Jungs, ihr seid gerade im richtigen, begann die Chefin. Plötzlich sagte sie nichts mehr und ging auch nicht mehr weiter. Dann machte sie langsam einige Deckel gehuscht. Ihre großen roten Augen leuchteten im Schein der Taschenlampe. Ihr Maul stand offen und Stanley sah, wie die weiße Zunge immer wieder zwischen den schwarzen Zähnen hervorkam. Zero saß still wie eine Statue. Eine zweite Eidechse kroch seitlich am Koffer hoch und verharrte weniger als einen Zoll von Zeros kleinem Finger entfernt. Stanley hatte Angst hinzusehen und Angst nicht hinzusehen. Er überlegte, ob er versuchen sollte, aus seinem Loch zu klettern, bevor die Eidechsen sich an ihn heran machten. Aber er wollte auch keine Unruhe verursachen. Da ist noch eine, keuchte Mr. Pendensky. Er leuchtete mit der Taschenlampe neben Stanleys Loch. Eine Eidechse kam herausgekrochen. Stanley warf einen Blick nach unten und konnte nur mit großer Mühe einen Schrei unterdrücken. Er stand in einem Eidechsennest. Er fühlte, wie der Schrei in seinem Inneren explodierte. Sechs Eidechsen konnte er erkennen. Drei lagen am Boden, zwei waren auf seinem linken Bein und eine auf dem rechten Turnschuh. Er versuchte, so still wie möglich zu stehen. Irgendetwas kroch an seinem Nacken hoch. Was sollen wir machen? fragte Mr. Pendensky. Wir warten, sagte lange dauern. Wenigstens haben wir dadurch eine Leiche, die wir dieser Frau geben können, sagte Mr. Pendensky. Sie wird eine Menge Fragen stellen, sagte Mr. Sir, und dieses Mal wird sie den AG mitbringen. Soll sie ruhig fragen, sagte die Chefin. Wenn ich erst diesen Koffer habe, ist mir alles egal. Wissen Sie überhaupt wie lange? Sie wurde immer leiser. Dann setzte sie noch mal an. Als ich klein war, habe ich meinen Eltern immer beim Graben zugesehen, an jedem Wochenende, an jedem Feiertag. Als ich dann größer wurde, musste ich selber graben, sogar an Weihnachten. Stanley fühlte, wie winzige Klauen sich in sein Gesicht gruben, als die Eidechse sich von seinem Nacken zu seinem Kinn vorschob. Gleich ist es soweit, sagte die Chefin. Stanley konnte sein Herz schlagen hören. Jeder Schlag sagte ihm, dass er noch am Leben war. Wenigstens noch eine Sekunde lang. Doch auch 500 Sekunden später lebt Stanley noch, obwohl die Eidechsen weiter in seinem Körper auf- und abklettern. In Panik erschießt Mr. Sir eine wegspringende Eidechse. Die Nerven aller sind angespannt. Nur die Chefin zeigt Geduld. Sie hofft immer noch darauf, die Inhalt des Koffers zu gelangen. Die Aufseher und die Chefin versuchen sich eine Geschichte auszudenken, was mit den Jungen geschehen sei. Eine Geschichte, die sie dem AG erzählen kann, wenn er Ermittlungen anstellen will. Stanley hat keine Ahnung, wer der AG sein könnte. Er konzentriert sich stärker auf die Eidechsen, die nicht von ihm ablassen. Erst als Mr. Sir erzählt, dass eine Anwältin da gewesen sei, die Stanley holen wollte, weil sich seine Unschuld herausgestellt habe, wird er hellhörig. Als es dämmert, gehen die Betreuer zu ihren Schützlingen in den Zelten. Stanley spürt seine Müdigkeit und glaubt, nicht mehr länger stehen zu können. Er lässt sich trotz der Eidechsen gegen die Wand seines Loches fallen, was die Reptilien nicht weiter interessiert. Die Eidechsen waren mit ihm im Loch. Warum versuchen sie nicht Zero den Koffer weg zu nehmen? schlug die Chefin vor. Die Eidechsen sind anscheinend nicht hungrig. Dann gehen Sie doch hin und holen sich den Koffer, sagte Mr. Sir. Irgendwann später sah Stanley eine Tarantel über dem Boden kriechen, nicht sehr weit von seinem Loch entfernt. Er hatte noch nie eine Tarantel gesehen, aber er hatte keinen Zweifel daran, dass es eine war. Es faszinierte ihn sogar einen Moment lang zuzusehen, wie ihr großer haariger Körper sich langsam und stetig vorwärts bewegte. Plötzlich spürte Stanley seitlich am Hals einen heftigen Stich. Aber die Eidechse hatte ihn nicht gebissen. Sie stieß sich nur ab. Sie sprang von Stanleys Hals und stürzte sich auf »Nein, die sind nicht hungrig, oder wie war das?« sagte Mr. Sir. Die Sonne stieg höher und die Eidechsen verzogen sich tiefer in das Loch und hielten sich meistens im Schatten auf. Jetzt saßen sie nicht mehr auf Stanleys Kopf und Schultern, sondern waren hinunter gewandert auf seinen Bauch, seine Beine, seine Füße. An Zero konnte er keine Echsen entdecken. Er glaubte aber, zwei bei ihm sein müssten, zwischen Zeros Knien, im Schatten des Koffers. »Wie geht es dir?« fragte Stanley ruhig. Er flüsterte nicht, aber seine Stimme war trocken und krächzend. »Meine Beine sind eingeschlafen«, sagte Zero. »Ich versuche jetzt mal hier raus zu klettern«, sagte Stanley. Als er versuchte, sich nur mit der Kraft seiner Arme hochzuziehen, fühlte er wie eine Klaue sich in seinen Knöchel grub. Vorsichtig ließ er sich wieder hinunter. Er hörte das Geräusch von sich nähernden Autos. Auch Mr. Sir und die Chefin hatten es gehört. »Glauben Sie, dass Sie das sind?« fragte die Chefin. Pfadfinderinnen, die Kekse verkaufen wollen, werden es wohl kaum sein, sagte Mr. Sir. Kurz darauf sah er Mr. Pendenski und zwei Fremde über den See kommen. Der eine war ein hochgewachsener Mann im dunklen Anzug mit einem Cowboy-Hut. Neben ihm ging eine kleine Frau mit einer Aktentasche. »Stanley Jellnetz?« rief sie und überholte die anderen. »Ich rate Ihnen nicht näher zu kommen,« sagte Mr. Sir. »Sie können mich nicht aufhalten,« fuhr sie ihn an. »Wir holen dich hier raus, Stanley,« sagte sie. »Mach dir keine Sorgen!« »Was zum Teufel geht hier vor?« rief der Mann, als er sie eingeholt hatte. Die Frau wandte sich ihm zu. »Das sage ich Ihnen. Wenn diesem Jungen irgendetwas zustößt, dann werden wir nicht nur Mrs. Walker und Camp Green Lake verklagen, sondern auch den ganzen Staat Texas. Kindesmisshandlung, widerrechtliche Inhaftierung, Folter!« »Seit wann sind die beiden da drin?« fragte der Mann. »Die ganze Nacht. Sie haben sich in meine Hütte geschlichen, als ich schlief und mir meinen Koffer gestohlen. Ich habe sie verfolgt und sie sind auf den See gerannt und in ein Eidechsennest gefallen. »Das ist nicht wahr!« sagte Stanley. »Stanley, als deine Anwältin rate ich dir kein Wort mehr zu sagen, sagte die Frau, bis du und ich Gelegenheit gehabt haben, uns unter vier Augen zu unterhalten. »Es ist ein Wunder, dass sie noch leben,« sagte der große Mann. »Das ist es wirklich,« antwortete die Chefin mit einer Spur von Enttäuschung in der Stimme. »Und es wäre auch besser, wenn sie lebend hier rauskommen,« warnte Stanleys Anwältin. Wenn sie ihn mir gestern übergeben hätten, wäre das alles gelassen würde und ich vermute, dass er daraufhin beschlossen hat, ein paar von meinen Wertgegenständen mitgehen zu lassen. Er hat die ganze letzte Woche Fieber gehabt und fantasiert. »Warum haben sie ihn nicht freigelassen, als die Anwältin gestern zu ihnen kam?« fragte der Mann. »Sie konnte mir nicht die richtigen Dokumente vorlegen,« sagte die Chefin. »Ich hatte einen richterlichen Befehl.« »Der war nicht beglaubigt,« sagte die Chefin. »Beglaubigt? Er war vom selben Richter unterzeichnet, der den Jungen auch verurteilt hat. »Ich brauche eine Beglaubigung vom Attorney General,« sagte die Chefin. »Ohne ein Schreiben des Staatsanwalts, wie soll ich da wissen, dass das Papier echt ist? Soll ich ihn einfach laufen lassen, nur weil irgendwer mir ein Stück Er benutzte fast nur die Arme dazu, um die Echsen so wenig wie möglich zu stören. Als er sich hochstemmte, verzogen sich die Tiere weiter in die Tiefe, um den direkten Strahlen der Sonne auszuweichen. Stanley zog die Beine an und schwang sich über den Rand und die letzte der Echsen sprang von ihm herunter. »Gott sei Dank!« rief die Chefin aus. Stanley packte Zero am Arm und half ihm langsam auf die Beine. Zero hielt den Koffer noch immer fest. Die Eidechsen, die sich darunter versteckt hatten, huschten schnell in das Loch. Stanley und Zero stolperten davon. Die Chefin rannte auf sie zu. Sie umarmte Zero. »Gott sei Dank, dass du am Leben bist!« sagte sie und versuchte ihm, den Koffer wegzunehmen. Ärger warnte ihn die Chefin. »Sein Name steht aber drauf«, sagte Zero. Stanleys Anwältin schob den großen Mann beiseite, um einen Blick auf den Koffer werfen zu können. »Sehen Sie«, sagte Zero, »Stanley Jellnetz!« Auch Stanley schaute auf den Koffer. In großen schwarzen Buchstaben stand es da. Stanley Jellnetz! Der große Mann blickte über die Köpfe der anderen hinweg auf den Namen auf dem Koffer. »Hatten Sie nicht gesagt, der Junge hätte Ihnen den Koffer aus der Hütte gestohlen?« Die Chefin starrte ihn ungläubig an. »Aber das ist un... Das ist un... Das ist einfach un...« Sie brachte das Wort nicht heraus. Als sie zum Camp zurückgehen, Stanley trägt den Koffer, stellt sich heraus, dass der Mann der Attorney Marengo heißt. Im Büro der Chefin verspricht Miss Marengo, dass Stanley bald seine Eltern wiedersehen wird. »Moment mal!« rief die Chefin auf einmal aus. »Ich habe nicht gesagt, dass Sie den Koffer gestohlen haben. Natürlich ist das sein Koffer. Aber er hat meine Sachen aus meiner Hütte hineingetan. Das ist aber nicht das, was Sie vorhin gesagt haben, erklärte die Anwältin. »Er muss ihn aufmachen,« sagte die Chefin. »Ich habe das Recht, die persönlichen Gegenstände jedes unserer Insassen zu untersuchen. Wie soll ich sonst wissen, ob Sie nicht Drogen oder Waffen mitgebracht haben? Er hat auch ein Auto gestohlen. Dafür habe ich Zeugen. Jetzt war sie beinahe hysterisch. Er ist nicht länger in ihrem Gewahrsam, erklärte Stanleys Anwältin. In diesem Moment kam Mr. Sermitt Stanleys Kleidung und dem Rucksack aus dem Büro. Der Attorney General reichte Miss Marengo ein Papier. Du bist ein freier Mensch, Stanley, du darfst gehen, sagte er. Alles Gute, Stanley. Er streckte Stanley die Hand hin, aber Miss Marengo zog Stanley mit sich. Komm, Stanley, sagte sie, wir Hector nicht hier lassen, sagte er. Ich kann für deinen Freund nichts tun, sagte Miss Marengo. Du bist aufgrund eines richterlichen Befehls freigelassen worden. Sie werden ihn umbringen, sagte Stanley. Dein Freund ist nicht in Gefahr, sagte der Attorney General. Es wird eine gerichtliche Untersuchung geben, zu allem, was hier vorgefallen ist. Fürs Erste untersteht das Lager meiner Aufsicht. Stanley blieb, wo er war. Die Anwältin seufzte. Dürfte ich einen Blick in Hectors Akte werfen, fragte sie. Selbstverständlich, antwortete der Attorney General. Bringen Sie mir Hectors Akte. Mr. Pendensky ging ins Büro. Nach wenigen Minuten kam er zurück und erklärte, dass die Akte offensichtlich verlegt worden sei. Der Attorney General war außer sich. Was für eine Anstalt betreiben Sie hier eigentlich, Miss Walker? Die Chefin schwieg. Sie starrte auf den Koffer. Der Attorney General versicherte Stanleys Anwältin, dass er sich die Unterlagen besorgen würde. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ich will nur mein Büro anrufen. Er ging ins Büro und knallte die Tür hinter sich zu. Kurze Zeit später erschien er wieder und sagte der Chefin, er wolle sie sprechen. Sie übrigen Jungen aus Stanleys Zelt tauchen auf und bewundern Stanley ehrfürchtig. Sie verabschieden sich herzlich von ihm. Unterdessen wird klar, dass das Büro des Attorney General keine Daten über Hector Zeroni im Computer findet. Und Miss Marengo greift zu drastischen Maßnahmen. Da im Moment niemand weiß, warum Zero überhaupt im Camp ist, nimmt sie ihn einfach mit. Das Problem mit den Eidechsen kannten natürlich auch schon Sam und seine Landsleute. Und wie gegen vieles andere half der Zwiebelsaft ebenso sicher gegen die Eidechsen. Denn wenn die gefährlichen Tiere eines hassen, dann ist es Zwiebelblut. Stanley und Zero saßen auf der Rückbank von Mrs. Marengos BMW. Der Koffer lag zwischen ihnen. Er war verschlossen. Und sie hatten entschieden, dass Stanleys Vater versuchen sollte, ihn fragte Miss Marengo. Nein, sagte Stanley. Miss Marengo erklärte ihnen, dass sie Patentanwältin sei. Ich helfe deinem Vater mit dem neuen Produkt, das er erfunden hat. Dabei hat er am Rande erwähnt, was mit dir war und da habe ich mal so ein bisschen ermittelt. Clyde Livingstons Turnschuhe wurden irgendwann vor Viertel nach drei gestohlen. Ich habe einen jungen Mann aufgetrieben, Derrick Dunn, der mir gesagt hat, dass du um zwanzig nach drei noch dabei warst, dein Hausaufgabenheft aus dem Klo zu fischen und zwei Mädchen haben sich daran erinnert, dass sie dich gesehen haben, wie du mit einem nassen Heft aus der jungen Toilette gekommen bist. Stanley fühlte, wie er bis zu den Ohren rot wurde. Das heißt aber, du kannst die Turnschuhe gar nicht gestohlen haben, sagte Miss Marengo. Hat er auch nicht. Ich war das, sagte Zero. Was warst du? fragte Miss Marengo. Ich hab die Turnschuhe geklaut. Die Anwältin sah sich im Fahren um und sah ihm ins Gesicht. Das habe ich nicht gehört, sagte sie, und ich rate dir dafür zu sorgen, dass ich es nicht noch einmal höre. Was hat mein Vater denn erfunden? fragte Stanley. Hat er tatsächlich eine Methode für das Recycling von Turnschuhen entdeckt? Nein, daran arbeitet er noch, sagte Miss Marengo. Aber er hat ein Produkt gegen Fußschweiß erfunden. Hier, ich hab ein Muster in meiner Tasche. Sie öffnete mit einer Hand ihren Aktenkoffer und reichte Stanley eine kleine Flasche nach hinten. Die Flüssigkeit roch frisch und würzig. Erreichte Zero die Flasche. Wie heißt das Zeug? fragte Stanley. Einen Namen haben wir noch nicht gefunden, sagte Miss Marengo. Der Geruch kommt mir irgendwie bekannt vor, sagte Zero. Riecht nach Pfirsich, stimmt's? fragte Miss Marengo. Das sagt jeder. Bald darauf schliefen beide Jungen ein. Der Himmel hinter ihnen hatte sich verdunkelt und zum ersten Mal in über 100 Jahren fiel ein Tropfen Regen in den leeren See. Stanleys Mutter beharrt darauf, dass es nie einen Fluch gegeben hat. Sie bezweifelt sogar, dass Stanleys Ururgroßvater tatsächlich einmal ein Schwein gestohlen haben soll. Aber der Hörer mag es vielleicht interessant finden, dass Stanleys Vater sein Mittel gegen Fußgeruch an dem Tag erfunden hat, an dem der Ur-Urenkel von Elia Jelnetz den Ur-Urenkel von Madame Serroni auf den Berg getragen hat. Der Attorney General schloss Camp Green Lake. Miss Walker, die verzweifelt Geld brauchte, musste das Land verkaufen, das seit Generationen im Besitz ihrer Familie gewesen war. Es wurde von einer Organisation gekauft, die sich dem Wohlergehen junger Mädchen widmete. In einigen Jahren würde Camp Green Lake ein Feriencamp für Pfadfinderinnen sein. Und damit ist die Geschichte auch so ziemlich am Ende. Der Hörer hat vermutlich noch einige Fragen, doch leider ist es so, dass von hier an alle Antworten lang und mühsam werden. Selbst die Sache mit dem Koffer und seinem Inhalt erwies sich als eher mühsam. Stanleys Vater knackte die Schlösser in seiner Werkstatt und zunächst schnappten alle nach Luft, als sie die funkelnden Juwelen sahen. Stanley glaubte schon, er und Hackte seien Millionäre geworden. Doch dann stellte es sich heraus, dass der Schmuck von geringer Qualität war. Alles in allem betrug der Wert gerade mal 20.000 Dollar. Unter dem Schmuck lag eine Schicht Wertpapiere, die einmal dem ersten Stanley Jellnetz gehört hatten. Es waren Aktien, Hypothekenbriefe und Schuldverschreibungen. Sie waren kaum zu lesen und noch schwerer zu verstehen. Die Anwaltskanzlei von Miss Marengo war über zwei Monate damit beschäftigt, den ganzen Stapel durchzugehen. Es zeigte sich, dass die Papiere viel mehr wert waren als der Schmuck. Nach Abzug von Steuern und Gebühren erhielten Stanley und Zero jeder weniger als eine Million Dollar. Aber nicht viel weniger. Es reichte aus, dass Stanley konnte. Aber wenn man jetzt in allen Einzelheiten die Veränderungen im Leben der Jungen durchgehen wollte, würde er schnell langweilig. Stattdessen soll der Hörer noch an einer letzten Szene teilhaben, die sich etwa anderthalb Jahre nach Stanleys und Hektors Freilassung abspielte. Die Löcher dazwischen wird er selbst füllen müssen. Im Hause der Jell Netz fand eine kleine Party statt. Außer Stanley und Hektar waren nur Erwachsene anwesend. Im Fernsehen wurde das Endspiel um die Superbowl übertragen, aber es schaute kaum jemand hin. Im nächsten Werbeblock müsste es eigentlich kommen, verkündete Miss Marengo. Gleich darauf wurde ein Time-Out angesagt und auf dem Bildschirm erschien ein Werbespot. Alles hörte auf zu reden und sah zu. Der Spot zeigte ein Baseballspiel. Eingehüllt in eine Staubwolke erreichte Clyde Livingston die Homeplate, während der Fänger den Ball fing und zurückzuwerfen versuchte. Safe, rief der Schiedsrichter und schwenkte die Arme. Die Leute in Stanleys Haus jubelten, als ob es sich um einen echten Lauf gehandelt hätte. Clyde Livingston stand auf und bürstete sich mit der Hand den Staub vom Trikot. Während er zur Auswechselbank zurückging, sagte er zu Kamera hinüber, Hi, ich bin Clyde Livingston, aber hier nennen mich alle nur Sweet Feet. Clyde Livingston war nicht nur auf der Mattscheibe zu sehen, er saß auch neben Stanley auf dem Sofa. Es war allerdings nicht immer so, dass der Name zu meinen Füßen gepasst hätte, sagte der Fernseh Clyde, als er auf der Bank Platz nahm. Im Gegenteil, sie standen dermaßen, dass keiner zog eine Dose Splish unter der Bank hervor und hielt sie hoch, damit jeder sie sehen konnte. Ich sprühe einfach jeden Morgen meine Füße damit ein und jetzt duften sie geradezu. Außerdem mag ich das Kitzeln an der Fußsohle. Splish, sagte eine Stimme im Hintergrund, eine Wohltat für ihre Füße, ausschließlich aus natürlichen Ingredienzien, neutralisiert alle Pilze und Bakterien, die Fußschweiß verursachen und das Prickeln, es wird ihnen gefallen. Alle auf der Party applaudierten. Er hat nicht gelogen, sagte die Frau neben Kleid. Mit seinen Socken konnte ich es nicht mal im selben Raum aushalten. Die anderen lachten. Die Frau redete weiter. Das ist kein Witz. Es war so schlimm, dass es reicht, sagte Kleid und hielt ihr den Mund zu. Jetzt hat es auch der letzte begriffen. Er sah zu Stanley hinüber. Tust du mir einen Gefallen, Stanley? Stanley zuckte mit der linken Schulter. Ich will mir noch ein bisschen Kaviar holen, sagte Kleid. Sei so lieb und halt meiner Frau so lange dem Mund zu. Er stand auf und schlug Stanley auf die Schulter. Stanley schaute unsicher erst auf seine Hand, dann auf die Frau von Kleid Levingston. Sie zwinkerte ihm zu. Er fühlte, wie er rot wurde, und drehte sich zu Hekta um, der vor einem prall gepolsterten Sessel auf dem Boden saß. Die Frau, die hinter Hekta in dem Sessel saß, strich ihn Gedanken verloren mit den Fingern durchs Haar. Sie war nicht sehr alt, aber ihre Haut erinnerte an gegerbtes Leder. Ihre Augen sahen müde aus, so als hätte die Frau in ihrem Leben zu viele Dinge gesehen, die sie lieber nicht gesehen hätte. Und wenn sie lächelte, schien ihr Mund zu groß für ihr Gesicht. Ganz leise sang und summte sie abwechselnd ein Lied, das ihre Großmutter immer für sie gesungen hatte, als sie ein kleines Mädchen war. Wenn, ja wenn, doch der Mond bleibt stumm, er wirft das Sonnenlicht zurück und alles, was sonst vergangen ist. Sei stark, mein müder Wolf, dreh dich nur mutig um, flieg hoch hinauf, mein Vögelchen, mein Engelchen, mein Alles. Das war Löcher, die Geheimnisse von Green Lake von Louis Säcker gelesen von Konstantin Kraudus